Freunde, Freunde, der Frauenversteher, Lieblingsinselmensch und Mensch, der sich mit der Rolle der Verantwortung, wenn es um sexuelle Belästigung geht, am besten auskennt, ist wieder zurück und hat hier ein Statement gebracht, wo wir uns alle wahrscheinlich geirrt haben in ihm und er zeigt uns da dementsprechend nochmal auf, warum er von vornherein sowieso im Recht war. Der Titel, sehr spannend, sehr interessant, ich hole mir meine Notizen raus, ich würde gerne auch so stabile Videos machen können. Wir gehen rein, ich bin so gespannt, ich kenne auch schon die Hälfte, dementsprechend, dementsprechend, diesmal keine Blindreaction. Oh boy. Genau das habe ich auch gedacht gerade, genau das habe ich auch gedacht. Ich habe lange überlegt, ob ich so ein Video jetzt machen soll oder nicht, aber nur weil es jetzt doch kommt, heißt es nicht, dass ich entschieden habe, dass das eine gute Idee ist. Die Wahrheit ist, dass ich einfach nicht mehr schweigen will. Aus privaten Gründen werde ich das ja auch auf mehrere Videos aufteilen, aber andernfalls würde das ja auch über eine Stunde gehen, also passt das schon. In diesem Video äußere ich mich zu... Aus privaten Gründen? Ey, ohne Witz. Aus privaten Gründen... Also, wie kann man denn... Das Video gibt 26 Sekunden, ne? Ey, ohne Witz. Also, ist er jetzt schon im Arme... Ja! Er ist jetzt das Arme auf... Ja! In 26 Sekunden ist er instant in die Opferrolle geslidet. In einem... Ey, du... Du bist nicht... Du bist nicht... Das Opfer hier in der Debatte. Ein Opfer. Ja, aber nicht das Opfer. Bruder! Und ich wiederhole mich da. Ah! Die mir entgegengebracht wurde. In meiner Antwort wird es aber nicht nur Einsicht geben, sondern ich werde auch die unberechtigte Kritik an mich kritisieren. Und ich... Und ich... Natürlich! 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 Warum sollte man auch ein einsichtiges Statement, eine Entschuldigung bringen? Ohne auch gleichzeitig zum Gegenangriff übergehen. Warum soll... Ich meine, jede effektiv... Jede wirklich glaubhafte, gute Entschuldigung basiert zu großen Teilen auf... Ich habe Fehler gemacht... Aber... Diese ganzen Kritiker... Die sind ja auch alle... Und so... Und da und da und da und da und da und da... Das sind die besten Entschuldigungen. Ne? Die dein eigenes Fehlverhalten einräumen. Aber... Nicht davor zurückschrecken, das Fehlverhalten von allen anderen Menschen auch zu erwähnen. Weil darum geht es ja natürlich in einem Entschuldigungsvideo, wo man seine eigenen Verhaltensweisen reflektieren sollte. Die Verhaltensweisen von anderen ansprechen. Das ist Quintessenz einer Influencer-Entschuldigung. Hat da schon gut drauf. Finde ich gut. Finde ich gut. An der Stelle. Ich habe die Befürchtung, dass es leicht in die Richtung Leroy-Statement gehen wird. Ja, ich auch. Woher weißt du Goofy das denn? Denn ich bin wirklich auch sauer. Auf mich, auf YouTube-Kollegen und auf deren Zuschauer, die scheinbar nicht in der Lage sind, zu hinterfragen, wenn ihre Lieblings-Influencer... Ich frage mich an der Stelle, auf wen ist er wütender? Auf wen ist er wütender? Auf sich? Die YouTuber-Kollegen? Oder? Oder? Diese ganzen verdammten Zuschauer, die einfach nur was wiedergeben, was... Ich weiß nicht, auf wen er wütend ist. Aber er wird sich ja gleich einmal komplett transparent machen. Sein Rational, seine Reflexion aufzeigen. Dann verstehen wir ja auch, warum er explizit besonders auf sich wütend ist. Denn er selber war ja dafür verantwortlich, dass zu dieser Art von Shitstorm kam. Letztendlich war er ja auch der Mensch, der als Person, die ich gehe einfach mal von seiner Rhetorik von aus, noch nie in seinem Leben in irgendeiner Weise sexuelle Übergriffigkeit erlebt hat, aber trotzdem meinte, darüber sprechen zu müssen. New Donation from Leonie-0845 Was viele nicht wissen, Titek hat eine experimentelle Operation hinter sich. Um seinen Darm zu entleeren, muss er nicht mehr aufs Klo, sondern reden. Deshalb kommen auch mehrere Videos eins. Für die Eins. Ey, das ist schon wieder gut. Leo, die ist do, die ist schon wieder gottlos. Ich frage mich, ich frage mich ja, was unser Lieblingsfrauenversteher, der Frauenflüsterer, anrichtet, dass Frauen ihn so attraktiv finden. So angenehm finden. Ich frage mich das. Diese Reaktion. Ich meine, wenn man sich kurz die Kommentare anguckt, da sieht man doch schon auch ein paar Frauen, die sehr, sehr angetan sind. Und mit angetan meine ich Fackel und Missgabel raus von seiner Rhetorik. Aber ich finde es natürlich, wir müssen das wieder einmal kurz einordnen. Denn er war ja, nach dieser ganzen Rammstein-Machtstruktursache, war ihm das ja wichtig, dass man ja auch über die Teilverantwortung um die Naivität der potenziellen Opfer spricht. Denn das ist ja die Wahrheit, die keiner ausspricht. So, und jemand, der halt nach meiner Wahrnehmung, ich weiß das ja nicht, vielleicht hat er ja mal sexuelle Übergriffigkeit erlebt am eigenen Leib, so, war er anscheinend dann der Experte, darüber zu sprechen, was Opfer tun sollten, womit Opfer erwarten, rechnen müssen und derlei Dinge. Ich finde das wichtig, vor allen Dingen, wenn wir dann ja über auch dann die Täter sprechen, dass man ja nicht nur über die Täter spricht. Das ist ja ungerecht. Man muss ja auch, man muss ja auch über diese Opfer sprechen, weil die können ja nicht blind durch die Welt gehen und so ein Gebrünschen, das geht ja nicht. Aber er wird uns gleich nochmal aufzeigen, warum wir ihn alle missverstanden haben. Und warum ihr alle hasserfüllte kleine, gemeine Böse seid und alle anderen, die nicht verstanden haben, wie er das sagt, im Unrecht sind und dümmer als er sind. Weil, wenn du regelmäßig missverstanden wirst, so, dann liegt das daran, dass du einfach der klügste Mensch auf der Welt bist. Ich sehe es doch genauso. Also, eigentlich bin ich sieben Meter groß, ihr alle versteht das nur nicht. Was genau ich damit meine, werde ich in diesem und in den nächsten Videos zeigen. Oh, wichtig, das ist so wichtig. Kommen wir erstmal zu der Einsicht. Die Einsicht hatte ich nicht erst während meiner Abwesenheit. Ich hatte schon damals meine dämliche Aussage bezüglich der Teilschuld reflektiert. Der Grund... Das ist sehr gut. Ich finde das wirklich geil, dass er sich da reflektiert hat. Das finde ich wirklich sehr gut. Gehen wir doch mal auf seinen Kanal und gucken, wo er explizit Verantwortung übernommen hat für diese Einsicht, die er ja hier propagiert. Finde ich wichtig. Finde ich wirklich wichtig. Aber warum reproduziert er dann weiterhin dieses Video, dass ihn, dessen Gedankengut er jetzt mittlerweile nicht mehr teilt? Oh, das finde ich jetzt aber widersprüchlich. Das verwirrt mich ein bisschen. Weil hier sagt er ja, hier spricht er ja noch von Teilschuld und so. Und er hat ja eigentlich, sagt er ja gerade jetzt hier vor ein paar Sekunden in seinem neuen Video, sagt er ja, dass er sich reflektiert hat. Und das heißt, direkt nachdem er es hochgeladen hat oder unmittelbar, paar Tage später, was weiß ich was, dachte ich, dass er gemerkt hat, dass das sein Ergriff ins Lokus war. Da frage ich mich, warum man dann nicht ein Statement-Video macht, so. Ey, das war ein Griff ins Lokus, so. Wollte gar nicht von Teilschuld sprechen. Tut mir leid. Das tut mir leid. Keine Erklärung, gar nichts. Es tut mir leid. Da habe ich missgebaut. Ich ziehe jetzt die Konsequenz, nehme das Video, was immer noch online ist, runter. Weil ich nicht mehr hinter den Aussagen stehe. Ich will diese Aussagen nicht mehr weiter reproduzieren. Ich meine, das würde jetzt sein aktuelles Video suggerieren, dass er das getan hat. Und ich bin gerade ein bisschen verwirrt, dass er es nicht getan hat. Weil er meint, er hat es ja eingesehen. Aber er wird uns das weiterhin im Video noch erklären, dass er es eingesehen hat. Ich denke mal, er hat eine eigene Art und Weise. Wir verstehen ihn noch nicht so ganz. Vielleicht haben wir einfach nicht alle 200 die Kuh. Mal sehen. Mal sehen. Wir werden es noch verstehen. Warum ich das damals nicht so klar kommuniziert habe, ist, weil es einfach viel komplexer ist, als einfach nur zu sagen, ich habe Scheiße gelabert. Sorry. Ach. Ach. Also über sexuelle Machtverhältnisse sprechen ist komplex. Wer wäre denn das denn gedacht, Mensch? Verdammt, dass das... Neodonation vom Neon unterstrich 0845. Wenn er der einzige Mann auf der Welt wäre, würde die Menschheit trotz Zeugungsfähigkeit aussterben. Eins. Sag ich für die Eins. Neodonation vom Herzmut sein Sarkasmus sagt mir jetzt schon. Da wird in dem ganzen Video keine Entschuldigung zu hören sein. Ey. Wer wettet mit mir? Eins. Ich bin mir da sicher, dass Titek gut in Entschuldigung ist. Ich bin mir da sicher. Er hat in der Vergangenheit so viel Kritikfähigkeit bewiesen, noch doller als ich tatsächlich. Und ich bin ja dafür bekannt, dass ich der kritikfähigste Mensch der Welt bin. Und an die Menschen da draußen, die Sarkasmus nicht lesen können, das ist nicht so. Habe ich auch nie behauptet. Aber wenn ich so einen Griff ins Klo bringen würde, so dann... Und Gott und die Welt und sogar Leute, die mir wohlgesonnen sind, mich kritisieren dafür, dann würde ich mir auch denken, ah Bruder, vielleicht habe ich da wirklich ein bisschen... Aber ich meine, er hat jetzt so lange Zeit gehabt, sich zu reflektieren. Der hat da seine Gründe und seine Lektion gezogen. Und wir müssen da auch einfach, ne, Benefit of a doubt und so. Denn schon damals wurde so viel verdammt Falsches in meine Worte reininterpretiert und ich wollte diesen Leuten nicht Recht geben, indem ich mich ganz simpel für meine Aussagen entschuldige. Guck mal. Guck mal. Er wollte sich... Jetzt kommen wir doch, jetzt kommen wir doch auf den Punkt. Er wollte sich nicht entschuldigen, weil andere Leute missverstanden haben, was er in seiner Unüberlegtheit, in seiner Unreflektiertheit und Uninformiertheit gesagt hat. Und wenn er sich dann gerade machen würde, würde er ja den Interpretationsspielraum anderer Leute, für den er ja verantwortlich ist, weil er halt sich zu einem Thema geäußert hat, zu dem er keinerlei Erfahrung hat und keinerlei Bezug hat, ja, dann würdest du ja bestätigen. So, dass man da, dass man da ja sagt, ne, mein Gefühl, also mein Stolz, mein Ego, Leute, die mich missverstanden haben, weil ich mich missverständlich kommuniziert habe, zu Themen, über die ich keine Ahnung und Erfahrung und Berührung habe, denen will ich nicht Recht geben und deswegen sage ich lieber gar nichts und ruder nicht zurück. Weil sein Ego ist da wichtiger als das Leid, die Lebensrealität und die Schuld, die sich die Opfer selber geben, die er hier in seinem Video damals instrumentalisiert hat und damit Wunden wieder aufgerissen hat, ist ihm wichtiger, sein Ego, als halt die Wunden, als das Thema. Kann man machen. So, ne, aber ich, also, wenn ich, wenn ich dafür im Internet bekannt wäre, äh, dann, äh, würden mich meine Eltern wahrscheinlich rausschmeißen und mich nie wieder rausschmeißen zu betrieben. Ich, wobei, doch, doch, meine Eltern würden dafür sorgen, dass ich meine Wohnung verlieren würde, obwohl ich nicht mehr bei denen zu Hause lebe, also. Und mich enterben und wahrscheinlich, und wahrscheinlich beim Vorbeifahren Anspruch. Sehr wahrscheinlich, also vor allem meine Mutter und meine Tanten und meine Schwester. Die am meisten. Und wahrscheinlich würde es mich noch anzeigen wegen irgendwelchen Gründen. Die findet bestimmt irgendwas. Wir sind alle schulden. Natürlich, wer sonst... Das Thema aufzudröseln war das Thema damals zu frisch, ich zu stur und die Zuschauer zu sauer auf mich. Jetzt hingegen nehme ich mich... Und das ist halt peinlich. Das ist halt peinlich. Das Thema war nicht zu frisch, um seinen unreflektierten Senf dazu zu geben. Da war das Thema nicht frisch genug. Ist keine Ausrede, weil, ich meine, eine Keiler hat ihr Video gemacht, eine Woche später oder was weiß ich, wann das kam, kam er halt reingeslidert und wollte unbedingt über die Verantwortung, Teilschuld der Opfer sprechen. Was für zu frisches Thema. Dann, sein Ego, er war zu stur. Ja, das ist unter anderem einer der Gründe, warum du diesen ganzen Schitzel überhaupt bekommen hast. Und dass die Leute, die du offended hast, die du als dumm dargestellt hast, mit der du Gegenrede gestellt hast in den Kommentaren, die du teilweise aufs Ekelhafteste beleidigt hast, was ich auch in meinem Video aufgezeigt habe. Und er fand das immer noch gemeint, dass ich den Kek nenne, ne? Den Kek. So, äh, aber andere Leute aufs Übelste beleidigen, so, teilweise, teilweise wirklich gottlos. So, dass er sich, dass er das als drei Gründe nimmt, um sein Statement nicht früher zu bringen, so, um sich nicht früher gerade zu machen, finde ich sehr wild. Finde ich wirklich sehr wild. Aber ich glaube, das ist das neue Alpha. Ich glaube, das macht man so als maskuliner Mann. Habe ich mir sagen lassen. Habe ich mir sagen lassen. Ich weiß das auch nicht. Ich bin ja nur ein Beta-Manager. Ich weiß das nicht. Aber ich glaube, solche Videos, solche, solche Ausreden findet man dann, warum man sich nicht vorher gerade macht. Aber gerade machen, Rückgrat zeigen, ich glaube, das ist was für, für diese Beta-Mails von den Nuale sprechen und die, die ja keiner sein möchte oder sowas. Weil ein Alpha, ne, wie er hier, der Giga-Chat so, die, die, die machen sowas nicht. Die finden Ausrede und das war ja, ich meine, die waren gemein. Neodonation vom Leonie-0845, der wahre Grund, wieso er so lange kein Statement gebracht hat, war er konnte es nicht. Er war so unangenehm, dass selbst seine Aufnahmen sich von ihm distanziert haben. Die Mütze. Selbst die Mütze hat sich distanziert. Mütze will nicht mehr mit ihm in einem Video gesehen werden. Und das Ungekissen. Das Ungekissen ist auch ganz schnell. Danke für die Eins an der Stelle. Ey, das ist... Mir die Zeit, um das ganze komplexe Thema aufzudrücken. Und die Giga... Kaiser, du kannst ja jetzt gerne wieder rumheulen, dass das Thema so in die Länge gezogen wird und alles bla bla bla. Aber du bist hiermit gewarnt. Wenn du ab hier also weiter guckst, dann hast du eine klitzeklitzekleine Selbstschuld. Also, welche... Finde ich... Also, dafür, dass er... Dafür, dass er sich ja so reflektiert hat, ne? Dafür, dass er sich so reflektiert hat, finde ich das witzig, wie er sich selber als Meme verwendet, in einem Thema, wo die Leute ihm noch lange nicht verziehen haben, in seiner Entschuldigung. Finde ich wirklich sehr witzig. Also, Digga, ohne Witz. Das ist doch... Das muss Satire sein. Leute, von nun an... Von nun an... Von nun an muss... Muss man ihn eigentlich als den größten Satiriker unserer Zeit wahrnehmen. Das muss doch Satire sein. Das muss doch Satire sein. Und wenn Tetex sich über unsere bodenlosen Witze beschwert, muss ich sagen, er war halt schon naiv mit seinem Video und trägt eine gewisse Teilschuld. Ja, schon. Ich meine, er hätte ja damit rechnen können, dass Leute das nicht so witzig finden oder nicht cool finden, wenn man über die Verantwortung der Opfer sprechen muss, nachdem man... Also... Ja, ich meine... Die Aussagen von mir waren damals tatsächlich falsch. Ich sprach damals von einer klitzekleinen Teilschuld, wenn Frauen sich durch Naivität in Lagen bringen, wo sie belästigt werden. Frage, 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 Frage. Wird er sich an Kleinigkeiten aufhängen und versuchen, rein semantisch, sich aus dieser ganzen Debatte rauszuwieseln? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich wird er das. Das und nur das war damals meine Aussage gewesen. Und die ist absolut dumm gewesen. Ein Opfer trägt natürlich niemals Schuld, wenn ihm etwas angetan wird. Wichtig dabei ist aber, dass es mir um Naivität und Belästigung ging, nicht um Ver... Also, im nächsten Atemzug, im nächsten Atemzug direkt die Relativierung. Finde ich gut. Und erstmal war das auch keine Entschuldigung. Nur zu sagen, dass das eine dumme Aussage ist, ist keine Entschuldigung. Ich bringe andauernd... Ich ruder andauernd zurück, wenn ich echt dumme Aussagen bringe. Entschuldigen habe ich mich da dann immer noch nicht. Also, das war immer noch keine Entschuldigung. Und warte, darf ich jetzt doch mit der Rolex durchs Ghetto laufen? Ja, doch, das sagst du jetzt. Weil es war ja eine dumme Aussage, das mit der Naivität und so was. Und deswegen ist es jetzt wieder okay, mit der Rolex ins Ghetto laufen. Denn wir wissen ja, eine Rolex ist ungefähr genauso viel wert, wie die körperliche Unversehrtheit einer Frau. Und ist ja auch das Gleiche. Ein Rolex, ein nicht lebendes Objekt, ist das Gleiche wie eine Frau. Objekte hat, objektifizierung sein Urgroßvater. Und wir wissen ja alle, Frauen sind Objekte. New Donation from Adam1Ral-Hipster-Trick-Gerbahnung für dich persönlich, Tremont. Und ein kleiner Spoiler. Er verwendet einen Ausschnitt von Ben F. King Shapiro 1. Sehr wichtig. Sehr wichtig und richtig. Vor allen Dingen, wenn du... Also, eigentlich hast du in der Diskussion und in der Öffentlichkeit auch schon fast verloren, wenn du Ben Shapiro in irgendeiner Weise, in irgendeinem Kontext verwendest. Außer, guck mal, Ben Shapiro, dieser wirklich extremistischer, wirklich sehr, 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 sehr weit rechte Dude. Oder der Kerl würde zurück in die Steinzeit wollen, damit man endlich da wieder, wie früher, Ben Shapiro einfach rasend, rasende Red Flag. Au. ADM1Ral-Hipster-Cheered-X100. Ben Shapiro ist mir zu rechts. Ich zitiere nur noch Alex Jones-Kappa. Der ist wenigstens rational, oder? Dieser... Erstmal, weißt du, wir produzieren, hä? Normal. Ganz normal. Also, ganz normaler Dienstag. Und Jordan Peterson genauso entspannt. Einfach mal eben so ein paar White Supremacists wieder reproduzieren. Ich meine, die wollen doch nur das Beste von, äh... Ja. Werden wir noch herausfinden. Bei Fällen, wo Kinder beteiligt waren. Aber wie gesagt, heute sehe ich das anders. Wenn jemand durch Naivität in eine schlechte Lage gerät, dann hat er keine Schuld oder Teilschuld, dann ist es höchstens eine unkluge Entscheidung gewesen. Er hat keine Schuld. Das ist nicht naiv. Aber, aber, meine, ich finde das gut, dass er die Handlung des Opfers wieder bewertet. Das finde ich wichtig an der Stelle. Vor allen Dingen in dem Video, wo es darum geht, aufzuarbeiten, was er, was er in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Ohne Witz. Dieses Video in den ersten zwei Minuten, ich habe nichts falsch gemacht, aber, ich spiele die ganze Zeit nochmal. Also, aus Teilschuld wurde Dummheit. Eine, also eine unkluge Entscheidung, eine nicht so kluge Entscheidung, ne, kann man ja, kann er sowieso dann so drehen, wie er möchte, weil ich ja nicht den, genau den gleichen Wort noch wiedergegeben habe. Ich meine, da muss man ja, da muss man ja dann auch so wortklauberisch sein, um Argumente zu fischen. Ist effektiv ein Synonym oder eine, kann man mit Dummheit gleichstellen? Uninformiertheit, Naivität, ist auch ein Synonym effektiv für Dummheit. Also dementsprechend von ich habe ja, ich meine ja nicht mehr naiv und Teilschuld, ich meine ja unkluge Entscheidung, nicht so gute Entscheidung, eine nicht überdachte. Ich finde das, wir bewegen uns zumindest, ne, in keine bessere Richtung, aber diese Diskussion, diese Debatte bewegt sich. Finde ich gut. Finde ich gut. Er lebt echt in der Simulation, Alter. Ja, natürlich, der ist halt schon lange, der ist schon lange in dieser Insel-Pipeline. Deswegen, ich verstehe auch nicht, warum man sich dagegen wehrt. So, der ist Teil dieser Community. So, dass all das, was der so wiedergibt, so diese ganze Weltanschauung, die der hat, so. Und ich verstehe nicht, dass Leute das nicht vorher gesehen haben, all seine Feminismus-Videos, so. Wenn man sich die gibt, dann merkt man doch direkt, wie er zu Frauen steht. Basically meine ich das. If somebody commits a sexual assault, the only person to blame is the person who commits a sexual assault. Ey, das ist, warum, warum nimmt er, warum nimmt er die eine Person, warum nimmt er die eine Person, Ben Shapiro, als Referenz, um über, über sexual assault zu sprechen? Die versucht, dass, die Definition, also was schon unter assault fällt, zu verschieben oder aber kennt. Warum die? Warum die? Das ist, das ist, würde ich Mike Tyson zitieren, wenn es darum geht, exzessive Gewalt zu, keine exzessive Gewalt zu verwenden. So, ja Bruder, äh, was war das nochmal mit dem Ohr so? Vielleicht hast du dich ja reflektiert, so, aber es gibt eine Milliarde andere und bessere Quellen. Also, weil nur jemand wie Ben Shapiro seinen Kostentext teilt. Ja, obviously, obviously, wer ist Ben Shapiro? Die Frage auf einer, die Antwort auf die Frage, welcher Kerl kann gleichzeitig unglaublich konservativ, unangenehm und condescending sein und gleichzeitig wie ein zwölfjähriger Junge klingen. Der Kerl ist alles, alles, aber nicht kompetent, um in dieser Debatte zu sprechen. Effektiv hat er gerade, effektiv hat er gerade für Teilverantwortung argumentiert. Wenn du dich in eine risky Situation packst, begibst du dich in eine risky Situation. das ist effektiv der Take, den T-Tag in der Vergangenheit gebracht hat. Und ich will einmal kurz mein Essen vom Herd holen. Wieso sieht das aus wie ein footage aus 19 oder 20? Weil sein Gedankengut ungefähr älter als das ist und die Bildqualität versucht, sich dem anzupassen. Kommt aber nicht ganz weiter zurück, weil mein Film ist noch nicht ganz so alt. ADM 1 RAL unterstrich Hipster cheered x100 Ist Essen wirklich eine so gute Idee? Da kriegst du doch Kotzanfälle, Lul. Nee, ich lasse mein Essen jetzt abkühlen und esse es später. Mal sehen, wie lange ich das Essen drin esse. Nee, 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 ich bin nicht doob, ich esse später. Ich esse später. Ah, die Statistik, die brauchen wir. Risky Situation. Stimmt. Lassen wir unseren Ben, ich bin ich bin hier wohl mal mal wieder in irgendeiner Debatte weil er ist ein anstrengender Debate, Bro, zu Ende sprechen. In dem Kontext wir sind immer noch im Kontext der sexuellen Übergriffigkeit. In dem Kontext mit so einem komischen Strom ankommen um aufzuzeigen dass man ja irgendwie doch das ist der Rodex-Vergleich es ist 1 zu 1 der Rodex-Vergleich es ist genau das gleiche wieder. So. Es ist genau das gleiche wieder. Er hat er macht ein Entschuldigungsvideo um dann denselben Talking Point dieselben Argumente nochmal wieder zu kauen. So. So. und jetzt und jetzt gucken wir uns mal an wie es in der Realität denn aussieht. So. Denn das Bundesministerium für Familie Senioren, Frauen und Jugend sagt dazu eine Form der Gewalt. Nation vom Herzmut es sind in den brasilianischen Favelas auch schon Menschen umgebracht worden weil sie gar nichts dabei hatten wo ist da die schlechte Entscheidung des Opfers? Er hat doch sein Portemonnaie zu Hause gelassen. 1. Weil sie in den Favelas waren. Einfach nicht einfach nicht arm sein so nämlich. Vielen Dank für die 1. So. Wir gehen rein und zwar äh mh und zwar hier äh in Deutschland als Frau geboren zu werden als Frau geboren zu werden einfach richtig machen Leute werdet als Männer geboren dann könnt ihr auch keine schlechten Entscheidungen treffen wie ein T-Tex sie hier beschreibt und zwar in Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexueller Gewalt etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder durch ihre früheren Partner ne hier offizielle Seite des Bundesministeriums für Familie Senioren Frauen und Jugend ich würde behaupten dass die sich ein bisschen mehr auskennen in der Thematik als ein äh als ein T-Cack oder hab ich schon wieder gesagt das tut mir voll leid das tut mir voll leid an der Stelle ähm äh 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 Mädchen und Frauen mit Behinderung erleben je nach Gewaltform zwei bis dreimal häufiger Gewalt als der Bevölkerungsdurchschnitt die haben sich einfach die falsche die gefährliche Entscheidung getroffen Frauen mit Behinderung zu sein ne also ganz einfach eine riskante Situation Frauen mit Behinderung zu sein einfach nicht sein einfach nicht machen ne einfach nicht machen hat ja nichts mit Victim Blaming zu tun ihr müsst da einfach keine gefährlichen Situationen aussetzen einfach mal keine Frau oder halt Frau mit Behinderung sein oder Mädchen mit Behinderung sein fast die Hälfte hat sexuelle Gewalt in Kindheit Jugend oder im Erwachsenenalter erlebt wie gesagt einfach erwachsen auf die Welt kommen als Mann Problem gelöst so gibt es hier noch was Partnerschaftsgewalt wie kommt das denn wie kommen wir denn wie kommen wir denn zu so etwas das ist ja fast so als könnte man ja auch Gewalt erleben ohne draußen im Club oder sowas unterwegs zu sein wie kommt das denn das ist ja das ist doch absurd nee das kann nicht sein je nach wurden 22 wurde 22 insgesamt 157.818 Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt ja wie gesagt Frauen darunter sind auch Männer an die Männer an die Männer jetzt ne begebt euch nicht in riskante Situation habt keine Partner weil das ist ja ist es ja irgendwo muss man ja auch die Verantwortung ein Stück weit bei sich sehen sondern einfach einfach draußen allein im Wald oben auf einem Baum in einem Allwetteranzug um den Baum herumgeschnallt sein und du bist sicher aber es ist wichtig dass wir das hier nochmal aufgreifen das ist wichtig weil wir müssen ja begreifen dass es hier wir müssen ja über die Verantwortung wir müssen ja über gefährliche Situationen sprechen auch wichtig ist natürlich in dem Kontext könnte man ja auch berücksichtigen wie viele übergleichen vielen Dank für die Einseite an der Stelle wie viele Übergriffe von dem direkten sozialen Umfeld passieren also von Nachbarn Eltern Onkel Tanten Geschwister könnte man ja könnte man ja in dem Kontext berücksichtigen wenn man schon darüber spricht wie gefährlich wie gefährlich ne Situationen sind ja die meisten I know I know wenn da jemand eine Statistik hat würde ich die gerne auch nochmal im Laufe dieses Videos auf den Bildschirm werfen wir sind ja hier weil wir die geliebte wir sind ja hier für die faktenbasierter Politik wie hier passiert wird frag mich wie die man selbst zu einem Schluss kommen kann ich habe wirklich keine Ahnung was Moment 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 wo kommt es am häufigsten zu sexueller Gewalt das ist eine gute Frage vom Hilfportal Missbrauch das ist ein offizielles Hilfsportal an dem man sich wenden kann wenn man Fragen zum Missbrauch hat sexuelle Gewalt findet dort am häufigsten statt wo sich Kinder und Täter beziehungsweise Täterinnen kennen also im nahen sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen dazu gehört der Freundes und Bekanntenkreis der Familie die Nachbarschaft sowie die Familie selbst auch in Bildung Sport und Freizeiteinrichtungen erleben Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt sexuelle Gewalt durch Fremdtäter und Täterinnen ist in der analogen Welt eher die Ausnahme nicht jedoch im Internet denn auch das geht im Internet laut UN laut UN sind jugendliche Menschen zwischen wichtig zu klären noch laut UN sind jugendliche Menschen zwischen 14 und 25 also nicht die diese ganzen von denen ein Titek nicht gesprochen haben will also unter 18 so die zählen leider unter Jugendliche auch noch und erleben in dem Fall am häufigsten sexuelle Gewalt in sicheren Umfeldern also um nochmal auf diesen Take einzugehen deswegen sind wir ja hier sichere Umfelder riskante Entscheidungen treffen aber welche Entscheidung willst du denn treffen ich meine draußen im Club ist es gefährlich im Wald allein ist es gefährlich in der U-Bahn ist es gefährlich in deinem Zimmer ist es gefährlich weil du hast ja Geschwister Brüder und Onkel und was weiß ich was im Keller ist es gefährlich bei deinem Vater ist es gefährlich bei deiner Mutter ist es gefährlich Onkel Tante waren wir auch alle schon durch so beim Sportverein in der Schule es ist überall gefährlich welche nicht riskante Entscheidung sollte man da dann als Opfer dann treffen frage ich mich weil wir sprechen ja immer noch über die Verantwortung der Opfer wie sie sich in einer Gefahrensituation in einer potenziellen gefährlichen Situation und das ist man ja einfach 24-7 wenn man sich diese ganzen Situationen mal durchliest verhalten soll das ist ja wichtig ist ja wichtig an der Stelle was haben wir noch genau das haben wir genau das haben wir die das ist hier die Quelle für wir haben wir nochmal falls mir hier vorgeworfen werden sollte dass es ja keine seriöse Quelle war die haben wir nochmal unabhängige beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs also hier nochmal dieselbe dieselbe Passage selbe Passage nochmal von einer anderen Quelle gerne wenn ihr sowas erlebt habt oder sowas mitbekommen habt bitte 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 Hilfe rufen bitte bitte Neodonation das liebe ich auch einfach immer noch ohne Witz weil seine Quellenarbeit wir müssen ja wenn wir hier schon mal diesen Luxus haben uns über den wohlgefragtesten Frauenversteher und Feminist auf der Plattform zu auszutauschen dann können wir auch nochmal unbedingt über genau die seine Quellenarbeit sprechen das ist so wichtig das ist so wichtig Videokompetenz Freunde das ist so wichtig denn mir wurde ja vorgeworfen ich habe ja ein Problem mit ihm wurde mir ja vorgeworfen aber damals als ich anfing mit YouTube Upsi Daisy hat er plötzlich ein Video gegen mich gemacht weil ich eine Reaction hatte auf KuchenTV gemacht glaube ich war das da muss ich darauf antworten irgendwann mal oder so da war ja okay so genau hier und da war ganz wichtig nämlich dass er hier seine Quellen seine Quellenarbeit die wollte ich nochmal aufzeigen und zwar hier er wollte mir ja den Populismus unterstellen und üble Nachrede beziehungsweise er wollte mir aufzeigen dass meine Definition von Populismus falsch ist ich der ich ja gar keine Ahnung habe weil ich ja noch nie Berührungspunkte mit Populismus oder Politik hatte wollte mir das eben mal erzählen erklären ja hier war auch das übrigens das Video KuchenTVs Beef mit Dev da hat er sich angegriffen geführt und gehen wir mal auf seine Quelle die er hier verwendet hat um mir aufzuzeigen warum ich mich gehrt habe ich meine es ist wenigstens eine Bundeszentrale für politische Bildung aber aber es ist schon seriös es ist halt ein kleines Lexikon so für Kinder schön simpel und einfach dass es auch gerade so gerade so seiner seinem Zweck dient ich merkt ihr euch ne bitte das ist wichtig für die Medienkompetenz ich verwende auch immer Kinderlexika wenn ich Wellen wenn ich Wellen versuche zu haben was ist Populismus Populismus das kenne ich auch noch nicht Populismus kenne ich noch nicht wird uns Titek zur gegebenen Zeit vielleicht auch erklären so aber jetzt wir gehen jetzt mal wieder zurück zu weil wir haben ja jetzt verstanden riskante Situation hat er gemeint riskante Situation und das ist ja natürlich deine Verantwortung dich nicht in riskante Situation zu bringen hat er nicht gesagt ich lege mir ja keine Worte in den Mund aber hier geht es ja darum dass eine riskante Situation und war ja auch was das was Mr. Far Right Ben Shapiro gesagt hat Grüße aus dem Lock vielen vielen Dank vielen vielen Dank egal ich kugelguss Ehre an der Stelle vielen vielen Dank vielen vielen Dank für den Prime Sub zweiter Monat Ehre wir wollten wir wollten nachvollziehen ist kritisch auf Titek ja Digga also natürlich ist natürlich ist KuchenTV kritisch auf Titek zu sprechen so die Takes kannst du nicht verteidigen also die Takes kannst du halt wirklich beim besten Willen nicht verteidigen und die Leute die diese Takes immer noch verteidigen die haben halt Lack die haben halt so viel Lack gesoffen dass wir wirklich anfangen sollten mit Lack besteuern so das war natürlich nie meine Intention und manche werden das was ich als nächstes sage ein bisschen kindig finden kann ich auch verstehen aber lass es mich erklären ich möchte nämlich betonen dass ich mich nur bei den Personen entschuldige die ich auch damals mit gemeint habe denn ja ich habe damals eine dämliche das kannst du dir nicht ausdenken ich möchte mich entschuldigen aber nur bei den die ich glaube ich auch angesprochen habe nicht bei den anderen die offensichtlich auch extrem wütend waren über die absolut ekelhaften Takes die nicht ich wähle aus ich wähle jetzt hier aus weil wer sich von meiner Entschuldigung angesprochen darf weil darf Digga das das war ich damals gemeint Entschuldigung das ist ja nicht genau er wird uns das gleich zeigen wer gemeint sein darf er wird uns das gleich zeigen aber das Real Talk ist bis jetzt die geilste YouTuber Entschuldigung die ich je in Italien was ist der Unterschied zwischen dem generischen Maskulinum und Teteck beim generischen Maskulinum sind wenigstens alle Frauen mit gemeint New Donation from Adam1 Rahl unterstrich Hipster Teteck wendet die Strategie der verbrannten Erde an nur verbrennt er denselben Boden den er zum Ackerbau benutzt LUL1 Digga WTF WTF vielen Dank für die 1 an Admiral Lipster und an an John ey ohne Witz das kannst du dir doch nicht gleich holt er die Ukulele raus die hat er gerade schon also Digga das ist halt aber wir müssen uns erstmal anhören wer hier gemeint ist wer gemeint ist wer sich entschuldigt fühlen darf also wer von uns dann nicht entschuldigt fühlen darf sondern wer sich von seiner Entschuldigung angesprochen fühlen darf so das ist wichtig der Aussage getroffen aber trotzdem haben sich so viele Leute angesprochen gefühlt die ich halt damals schon nie mit gemeint habe wenn ich mal das N-Wort benutzen würde dann würde ich mich ja später auch nicht bei Weißen entschuldigen also wer was 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 haben wir jetzt damit zu tun was it's getting weird was haben wir damit zu tun als rahl unterstrich hipster cheered x100. Er darf das N-Wort nicht benutzen. Er ist kein Halbgrieche. Ja, das war eine Anspielung auf die Random-Kai-Sache. I don't know. I don't know. I don't know. Spul zurück, was er sagt. Ja, das muss ich nochmal hören, ohne Witz. Das ergibt so wie bei... ...getroffen, aber trotzdem haben sich so viele Leute angesprochen gefühlt, die ich halt damals schon nie mit gemeint habe. Wenn ich mal das N-Wort benutzen würde, dann würde ich mich ja später auch nicht bei Weißen entschuldigen. Also werde ich mich auch jetzt nur bei den Leuten entschuldigen, die ich damals mit gemeint habe. Warum ist man so? Warum ist man so? Real Talk, warum ist der so? John unterstrich Herzmutschiert x100. Es kommt gleich noch übler Drey. Achte auf deinen Blutrock. Hier eine kleine Stärkung. Also. Also. Wir müssen das... Ich... Ich ging ja davon aus, dass er ungefähr so... ungefähr so... Mitte, Ende 20 ist. Also halt schon so ein Stück weit mit dem Internet. Hab mir ein Lipser! Hipster ja, Mitte, Ende 20 ist und dementsprechend das Internet kennt. Die... den Status des Internets versteht. Wir nehmen uns folgendes Beispiel. Ich gehe auf die Bühne. Stelle mich dorthin, wo ungefähr 2000 Menschen stehen. Und dann fange ich an, aufs Übelste loszubeleidigen. Ich verhalte mich halt wirklich wie das richtigste Arsch. Wie ein richtiges Arschloch, so. Ne? Ich bele... Ich gehe... Ich... Sagen wir mal einfach... Ich gehe... Ich ziehe richtig krass vom Leder gegen Schwarze. So richtig doll. Und fronte die komplett durch, so. So komplett durch. Und alle Leute, die versammelt sind, denken sich so... Was ist denn mit dem verkehrt? Was... Was ist denn mit dem verkehrt? Hast du zu viel Lack gesoffen? Brennst du? Nimm die Mütze ab, Junge! So. Und dann... Und dann... Ne? Warte ich ein paar Monate. Komm wieder. Und in meiner Entschuldigung sage ich explizit... Ja, ich möchte mich entschuldigen. Aber nur bei den Schwarzen. Weil die habe ich ja angegangen. Zwar haben sich alle aufgeregt. Nur Donation vom Brasilienchen. Ich möchte mich entschuldigen ohne Moment. Eigentlich doch nicht. Eigentlich hast du Unrecht. Und selber schuld, dass du dich angesprochen fühlst. Eins. Danke für eins. Weil die das nicht okay fanden. Aber nur die... Die direkte Opfer meiner Rhetorik waren... Die... Die adressiere ich mit meiner Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass man sogar eine Entschuldigung zurückrudern und relativieren gleichzeitig kann. Lass das nicht die Amerikaner wissen. Das gibt einen riesen, riesen, schwallern neuen Influencer-Entschuldigung. Das ist ja bodenlos sein Urgroßvater. Digga. Entschuldige dich einfach und lass das Ding gut sein. Ich verstehe das nicht. Das ist kindisch sein Urgroß. Er sagt das sogar selber. Das könnt ihr vielleicht ein bisschen kindisch sein. Ja, ist es. Wenn ich auf der Arbeit bin und eine Frau angehe und sage so... Du bist ja richtig... Das weiß ich was so. Dann entschuldige ich mich nicht nur bei ihr, sondern bei allen, weil ich das Arbeitsklima extrem in den Schmutz gezogen habe. Auch wenn sie in dem Fall das Opfer war. Und das explizit nicht zu machen, weil man ja... Weil man ja nicht... Das ist aber weird. Digga. Du brichst damit nicht den Zacken aus der Krone. Deine Entschuldigung ist nichts wert. Das ist ja nichts weird. What the hell? Nicht bei denen, die sich damals angesprochen gefühlt haben, obwohl ich sie überhaupt nicht mitgemeint habe. Nur weil sie sich selbst gerne... Neodonation from Leonie unterstrich 0845. Seine N-Wort-Analogie ist ein Schuss ins eigene Knie, weil nach der muss er sich bei allen entschuldigen. Seine Aussagen sind eine Beleidigung für alle Frauen und seine Existenz ist eine Beleidigung für alle Männer eins. Wow! Somebody is mad! Ja, also ja, ich fühle mich in meiner Männlichkeit als Mann, fühle ich mich beleidigt für diese Art. Wie kann man so krankhaft unreflektiert sein? Verstehe ich nicht. Mach dich einmal gerade. Alles gut. Ohne Witz. Ohne Witz. Also ich schäme... Real Talk, ich schäme mich gerade, wenn ich ihn hier höre, Mann zu sein. Ich schäme mich. Das ist so unglaublich unangenehm. Ich schätze nicht, wie man so unglaublich unreif sein kann. Mach dich doch einfach gerade. Da wäre so Gras drüber hergewachsen. So doll. Und dann, ich habe das damals schon gesagt, entschuldige dich und dann schieße gegen irgendwelche anderen Linken, so wie alle das aus einer Bubble machen und da wächst Gras drüber. Und ja, nö, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich entschuldige mich drei Viertel, aber doch nur zwei Viertel, aber doch nur ein Viertel. Und die, das andere Viertel, die müssen sich selber zusammenreiben, ob die sich auch angegriffen fühlen dürfen oder nicht. Oder entschuldige ich fühlen oder nicht. Vor allem als Mitte-30-Jähriger. Der ist nicht Mitte-30. Der ist nicht Mitte-30. Vielen, vielen Dank, Carina. Vielen, vielen Dank für die fünf Monate. Fünf Monate im Coaching. Im Wut-Coaching. Ey, das ist so los, ey. Du hast ja eine Teilschuld, wenn du dich angesprochen fühlst. Es ist ja deine Teilschuld, wenn du schwarz bist. Ja, stimmt. Ich darf mich ja nicht einfach davon angegriffen oder provoziert fühlen. Der Satz eingeblendet sagt doch alles. Ich entschuldige mich nicht, sondern rechtfertige mich. Grifft natürlich nicht pauschal auf jeden zu, der sich fälschlicherweise angesprochen fühlt. Ey, es ist halt wirklich eine verdammte riesige Rechtfertigung. Es ist so lost. Es ist so lost. Ich bin einfach nur schockiert. Um mal ein Beispiel zu nennen, bei welcher Person ich mich nicht entschuldige, weil sie schon damals nie mit gemeint war. Der Kommentar, den Traymond damals in seinem Video genutzt hat. Denn diese Dame spricht davon, mit elf missbraucht worden zu sein und interpretiert es so, dass ich ihr damals auch eine Teilschuld zugesprochen hätte. Selbstversch... Henning unterstrich einfach unterstrich so cheert x100. Wenn er in eine Kamera redet und den Opfern von sexualisierter Gewalt einredet, sie hätten eine Teilschuld, spricht er ja auch niemanden direkt an. Doch, in seinem Kopf schon. Er spricht ja von Frauen. Und das ist ja alles keine emotionale Sache. Deswegen sitzt du da und grenzt das ganz klar ab. John unterstrich herzmutcheert x1000. Er macht einen N-Wort-Vergleich und schneidet danach in ein Videostandbild von dir über. Ich möchte vor Scham und Wut in einem Eisboden versinken und in ein Tränenkissen schreien. Solche... Solche... Weißt du, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil... Sowas erwarte ich. Sowas erwarte ich von ihm. Sowas erwarte ich. Alter, wer reagiert hier eigentlich? Trey oder der Chat? Ist ja schlimm heute. Oh ja, oder? Es ist eine kollektive Reaction. Ich kann das alles nicht mehr. Es ist halt einfach... So will ich das hören. So nämlich. Aber ich muss mir auch einfach hier kurz einmal blättern. Ohne Witz, ich bin hier am schmilzen. Das ist mir einfach viel zu warm. Und sowas erwarte ich, dass er das N-Wort anbringt so und dann halt mich als einzigen schwarzen Meinungsblogger verwendet. Er hätte das Kommentar sich auch selber raussuchen können. Nee, 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 nee. Wenn wir dann schon über Schwarze sprechen, weil N-Wort und ne... Dann kann man auch dann ne Tray-Bit rausholen, kann man da. Kann man auch machen, kann man das. Danke, du. Danke, du. Ja, alles. Alles klar. Aber ich gehe davon aus, dass ich sowieso mein Fett weg bekomme, so im nächsten Entschuldigungsvideo von ihm. Aber es ist doch schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Das ist doch alles fair und nett und er meint es ja gut. Verständlich war ich niemals der Auffassung, Kinder hätten genauso eine Teilschuld wie Erwachsene. Außerdem beschreibt sie auch eine Situation, die ich damals auch niemals mit gemeint habe. Denn ich sprach davon, wenn Frauen zum Beispiel ohne zu hinterfragen auf Rockkonzerten mit auf eine Backstageparty gehen. Und nicht, dass der eigene Bruder beim Mario Kart Spielen unsagbare Dinge tut. Zusätzlich sprach ich von einer Teilschuld, während die Frau im Kommentar von Schuld spricht. Und da sehe ich auch nochmal einen Unterschied. Aber trotzdem ums noch... Und da sieht er auch nochmal einen Unterschied. Und da beweist er effektiv, dass er nichts verstanden hat. Dass er sich nicht verändert hat, dass er nicht reflektiert hat und dass er nicht zurückgerudert. Genau das war die Kritik. Und ich glaube, ein Kaiser hat das auch gut aufgezeigt. In dem Fall. Und zwar, wenn du nachdem Machtgefälle und Opfer über ihre traumatischen Erlebnisse sprechen, du es wichtig findest, über die Verantwortung beider Parteien zu sprechen und du nicht klar sagst, nur der Täter ist verantwortlich und dann anfängst mit, ja, aber das Opfer hat ja auch Teilverantwortung, dann nimmst, dann tust du eins. Du nimmst die Verantwortung der Tat vom Täter und gibst sie ein Stück weit zum Opfer hin. Das ist so, als würde ich jetzt zu ihm nach Hause fahren, ihn zusammen prügeln, völlig vertrommeln und dann wird darüber gesprochen, weil im Nachhinein, inwiefern, inwiefern er das ja auch provoziert hat. Gewalt ist indiskutabel. Da kannst du nicht kommen mit, ja, aber er hat ja auch im Internet oder der trickt ja auch oder sein Gesicht ist ja auch nicht so. Da kannst du da nicht kommen. Und in dem Fall ist die Perdon, die sich nicht im Griff hatte, einzig und allein verantwortlich dafür, dass sie sich nicht im Griff hatte. Wenn jemand aus dem Bramstein-Team dich einlädt, bist du nicht direkt skeptisch und erwartest einen Geschnacksel. Und vor allen Dingen, wenn eine Frau auf dich zukommt, erwartest du nicht, dass du da irgendwie, so wenn, wenn, Digga, also wenn, wenn Frauen ihn jetzt einladen würden, was niemals passieren wird, weil ich hoffe, dass sie seine Videos gesehen haben, und er fährt dann mit denen zu einer Party und da trifft er dann nur Kerle, die ihn dann da vertrommeln. Dann kann man doch nicht darüber sprechen, dass er dafür verantwortlich ist, was da passiert ist, obwohl er mit einem Date gerechnet hat, was ihm ja versprochen wurde. Und genau das tut er. Es wurde einer Dame, in dem Fall mehreren, suggeriert, dass sie zu einer Party gehen von einer Frau und wie oft haben wir die Fälle, das, ne, nicht so oft, dass man da denkt, oh, die Frau, die wird mich gleich überfallen und was weiß ich, haben wir nicht so oft. Gibt es aber auch. Auch Frauen können Täter sein. So. Ähm, und dann plötzlich geht es ganz schnell. Und man sieht sich in diesem Machtgefälle, in dieser Opfersituation. Und er will dann unbedingt über Teilschuld sprechen. Und er steht da auch immer noch zu, beziehungsweise er sieht das immer noch, dass man da Schuld, Teilschuld, dass man da Unterschiede machen muss, so. Das ist halt genau die Kritik. Es war doch genau die Kritik. Noch mal zu erwähnen, damit es hier keiner in den falschen Hals kriegt, natürlich sehe ich das alles heute nicht mehr so. Also wirklich nichts an der Situation von der Kommentarschreiberin entsprach dem, was ich damals in meinem Video gesagt habe. Und leider gab es ziemlich viele von solchen Kommentaren. Und bei diesen Leuten werde ich mich nicht entschuldigen, denn das wirklichen Blaming, was mir dort vorgeworfen wurde, habe ich nie getan. Ey, ohne Witz. Stell dir vor, stell dir vor, du als Kerl, der wahrscheinlich, ich weiß es ja nicht, keine sexuelle Übergriffe in deinem Leben erlebt hat, stellt sich hin und will über die Teilverantwortung von Opfern sprechen, eine Situation, die er gar nicht kennt und wundert sich dann, dass diese Opfer nicht sachlich und distanziert über dieses Thema mit ihm sprechen wollen. Es ist ja fast so, als wäre dieses, als wäre, als wäre eine derartig traumatisches Erlebnis, etwas unglaublich Komplexes, etwas, was sich dein ganzes Leben lang begleitet und etwas, was du nicht mal eben so im Internet aufarbeiten kannst. Und vor allen Dingen brauchst du da keinen Kekko, der dir sagt, ja, aber da hättest du ja vielleicht nicht hingehen sollen. Einen Kekko kann man, bevor man da hingeht, kann man sich den anhören und sagen, hey, ich will auf eine Party gehen. Und wenn er dann sagt, ja, aber geh da mal lieber nicht, da könnt ihr ja auch was passieren. Oder rechne mit dem Schlimmsten, wenn du da hingehst. Kann man machen. Ändert nichts an dem Problem. So, weil du rechnest ja immer noch nicht damit, dass eine Frau dich dann da in den Backstage-Bereich reinlotst und du dann deswegen geringen wirst. Du rechnest ja immer noch nicht damit, auch wenn du damit rechnest, dass auf Partys schlimme Dinge passieren können. So. Der ist so lost. Und dass er sich dann bei denen, die sich, weil sie Vergleichbares erlebt haben oder Zeugen davon waren und machtlos waren oder Mütter oder so von Opfern sind, dass er sich bei denen für seine unglaublich unsensible, unreflektierte, uninformierte Art nicht entschuldigen möchte. Ja. Nein. Es ist ja fast so, als würde die Kritik nicht verstanden haben. Ich komme zu meinen anderen Aussagen, die kritisiert wurden. Und der Grund, warum ich meine Aussagen in Anführungszeichen setze, ist, weil ich für Sachen kritisiert wurde, die ich niemals so gesagt, niemals so gemeint und auch niemals so gesehen habe. Widmen wir uns also in diesem Video der Kritik von Gnu. Sie sagt direkt am Anfang des Videos das hier. Was haltet ihr von einem präventiven Lockdown für Frauen? Denn Frauen sollen sich ja schließlich vor gefährlichen Situationen fernhalten. Ja. Und diese Aussagen habe ich mir übrigens nicht ausgedacht. Okay, gehen wir das Stück für Stück durch. Erstens habe ich nie mit nur einer Silbe erwähnt, dass Frauen ja lieber zu Hause bleiben sollten. Und vor allem habe ich, das ist frech. Das ist richtig frech. Was er hier versucht, ist richtig frech. Das ist richtig frech. Weil Gnu hat das in ihrem Video klar nicht gesagt, dass er gesagt hat, Frauen sollen zu Hause bleiben. Hat sie klar nicht gesagt. Und das so darzustellen, ist richtig frech. Oh mein Gott. Und so macht er es übrigens andauernd. Leuten irgendwas in den Mund legen und sich vor allen Dingen extremst darüber aufregen, wenn man ihm etwas in den Mund legt. Wenn man aber, und das ist nämlich die Logik dahinter, wenn man aber konsequent das durchführt und weiterdenkt, was er sagt, ist das das Resultat. Weil es nun mal leider einfach so ist, dass du draußen nie als Frau 100% sicher sein kannst. Weder im Bus, im Club, im Buchverein, im Sportverein, in der Schule, auf der Off. Ey, in meiner Stadt wurde einer, wurde einer am helllichsten Tag mitten auf dem Marktplatz in so einer Seitenstraße so. Du kannst nirgendwo sicher sein. Und das Resultat wäre, wenn du ein Stück weit Teilverantwortung hast und du ja auch ein Stück weit Verantwortung übernehmen musst, dich nicht in riskante Situationen zu bewegen, würde das bedeuten, du darfst das Haus nicht allein, nicht verlassen und du musst alleine leben. Halt ein Lockdown für Frauen. Das wäre das Resultat, die Konsequenz aus dem, was er in seinen Videos sagt. Ich habe auch niemals von einem präventiven Lockdown für Frauen gesprochen. Also genug, wenn du sagst Und diese Aussagen habe ich mir übrigens nicht ausgedacht. Dann wäre es ja mal schön gewesen, wenn du einen Video-Ausschnitt einblendest, wo ich das gesagt haben soll. Außer natürlich, das kannst du nicht, weil ich das nie gesagt habe und nebenbei gesagt, nie gemeint und auch nie so gesehen habe. Und somit wäre... Und sie hat es nicht behauptet, dass du das so gesagt hast, sondern sie hat effektiv das getan, was intelligente Menschen tun. Sie denken die Dinge weiter, die du in den Raum wirst. Wenn ich zum Beispiel sage, man müsste jeden Dude kontrollieren, ob er schon mal auffällig wurde, dann bedeutet das Zwangskontrollen für alle Kerle. Kurz drüber nachdenken. Einfach mal kurz das anwenden und weiterdenken, was man sagt. Er versteht einfach nicht selber, was er sagt. Ja, ja, offensichtlich, sonst würde er ja kein Entschuldigungsvideo machen, wo er effektiv, wo er effektiv dieselben Talking Points nochmal wiederkaut, nur mit neuen Wörtern. Für die Behauptung, du hättest dir diese Aussagen ja nicht ausgedacht, eine Lüge. Ich habe diese Worte nicht gesagt, ich habe sie nicht gemeint, ich habe sie nicht so gesehen, also hast du sie dir ausgedacht, nicht ich. Und bevor jetzt der Kommentar kommt, Gnu hätte ja auch diese komische Desiree da meinen können, weil über die spricht sie ja in dem Video auch. Halte ich eher für unwahrscheinlich, denn der Titel des Videos heißt ja Mädels, Zeit für einen Frauen-Lockdown, denn ihr seid zu naiv oder sowas. Aber hat er jetzt belegt, hat er jetzt belegt, wo er laut ihr das gesagt haben soll? Hat er das jetzt belegt, dass sie gesagt hat, dass Titek das gesagt hat? Hat er nicht, weil sie es nicht gesagt hat. Das erste Mal über Naivität spricht Gnu, wenn sie auch über mich spricht. Aber davon abgesehen, findest du denn nicht, dass Frauen sich von Gefahren fernhalten sollten, Gnu? Also eigentlich nicht. Tun sie ja, deswegen daten sie ihn ja nicht. Nicht nur Frauen, sondern Menschen allgemein. Denn Frauen sollen sich ja schließlich vor gefährlichen Situationen fernhalten. Also schon in den ersten zehn Sekunden wird hier gelogen, um, weiß ich nicht, wie er hier denn lügt, die, ich kann ja schon nachvollziehen, er legt ihr ein Wort in den Mund, um sie dann der Lüge zu bezichtigen, weil er keine Argumente hat. Sie sagt nicht, dass Titek sagt, der will den Frau Lockdown. Das sagt sie nicht. Und ich mein, ich mein, ein Titek versteht ja auch Thumbnails, ne? Versteht er ja auch. Schlussstrich zum Beispiel. Das bedeutet ja nicht, dass er seinen Kanal löscht. Er wird ja auch wahrscheinlich auf dem Schreibtisch keinen Strich gezogen haben. Heißt, dass, dass das ein bisschen clickbaity, so ein bisschen zum Denken anregen oder halt einfach die Konklusion, die in dem Video gezogen werden sollte, vor, suggerieren sollte, oder? Doch würde er, doch, er würde wirklich, er würde wirklich einen Schlussstrich auf den Schreibtisch ziehen, weil er hat ja Schlussstrich geschrieben. Wollen wir das überprüfen? Ja, können wir gerne überprüfen. Hat er sich die Mühe gemacht? Er hat sich die Mühe gemacht, Gnu's Video zu verlinken. Sehr gut. Finde ich gut, dass er das Material beifügt, an dem man ihm exposen kann. Finde ich sehr gut, dass er sich da die Mühe macht, sich selber aufs Glatteis zu legen. Gehen wir kurz rüber zu Gnu. Ich habe solchen Aussagen auch Hautausschlag und es triggert mich extrem. Aber es gibt, wie gesagt, eben Leute, die genau solche Ansichten vertreten. Und ich muss heute auf ein paar dieser Aussagen eingehen, weil ich das einfach schon... Nein, nein, wir machen das von vorne. Was haltet ihr von einem präventiven Lockdown für Frauen? Denn Frauen sollen sich ja schließlich vor gefährlichen Situationen fernhalten. Und diese Aussagen habe ich mir übrigens nicht ausgedacht. Ja, ich bekomme bei solchen Aussagen auch Hautausschlag und es triggert mich extrem. Aber es gibt, wie gesagt, eben Leute, die genau solche Ansichten vertreten. Und ich muss heute auf ein paar dieser Aussagen eingehen, weil ich das einfach schon... Das verfolgt mich einfach schon mein ganzes Leben. Vor allem auch bei sexueller Belästigung, die ich aus eigener Erfahrung machen musste bis hin... Also wir haben jetzt 31 Sekunden gehört. Doppelt so lange, wie in dem Clip von Titek eingeblendet wurde so. Ich habe da noch nicht gehört, dass sie sagt, dass Titek das gesagt hat. Habe ich noch nicht gehört. ...zu dem Überfall von vor einem Jahr. Also hier schon mal für alle eine gepflegte Triggerwarnung. Mich triggert dieses Thema unfassbar. Das muss ich wirklich sagen. Ich rede auch eigentlich gar nicht gern drüber, aber ich wurde jetzt sehr oft gefragt zu gewissen Thematiken und aktuellen Themen, ob ich dazu nicht was sagen möchte und dann fassen wir das hier mal alles in einem großen Video zusammen. Außerdem wichtig zu sagen, wir reden heute nicht darüber, was Falschaussagen gegenüber sexueller Belästigung bei Männern alles anrichten. Dazu kommt noch mal ein eigenes Video. Es geht heute wirklich um die eine Thematik, Frauen, die sexuell belästigt werden, Männer, die draußen überfallen werden, zusammengeschlagen werden. Das ist so das allgemeine Thema. Also bitte jetzt nicht in den Kommentaren kommen mit. Sie sagt ja sogar, worum es in dem Video geht und ich habe ja immer noch kein Hitpiece rausgehört, dass ein T-Tag gesagt hat, X, Y oder Z. Vielleicht die Stimme in seinem Kopf? I don't know. Aber gut, dann sind wir jetzt klüger. Ja, aus seiner Sicht schon. Aus seiner Sicht hat er ja auch bei jedem, jede Aussage von TJ ein Front gegen ihn gesehen. So. Wir leben alle mietfrei in seinem Kopf. Dass man das in meine Worte rein interpretieren kann. Also, wenn man live darauf reagiert vielleicht. Aber wenn man ein geskriptetes Video über mich macht. Wenn man seine Worte durchdenkt. Guck mal, wie er sogar selber, wie er sogar selber schon den Rudermann macht. Wenn du deine Rhetorik, deine Worte, deine Ideologie durchdenkst, wäre ein Lockdown für Frauen nur konsequent. Dann sollte man mein Video ja zumindest mal komplett gesehen haben. Und dann hätte man auch gesehen, dass diese Aussage, die ich auch in dem Video getätigt habe, ja völlig gegen einen präventiven Lockdown für Frauen spricht. Und natürlich kommt es dabei auch auf den Kontext an. Man kann nicht sagen, oh, du wurdest begrapscht. Du warst aber auch mit Minirock spazieren. Da brauchst du dich nicht wundern. Weil der Kontext eines Clubs zum Beispiel ist ja ein ganz, ganz anderer. Auch sprach ich in meinem Video von Situationen, in die Frauen durch Naivität gelangt sind. Einkaufen, im Bus fahren, im Restaurant essen. Alles keine Situation, wo Naivität im Spiel ist. Also auch das spricht gegen einen Lockdown. Eine ältere Dame hatte unter meinem Video dazu eigentlich einen ganz passenden Kommentar abgegeben. Ich bin 60 Jahre alt und habe als Frau in meinem Leben oft Ja, natürlich wurde er nicht in dem Kontext erwähnt so. Das ist rein böswillig. Versucht er wieder in den größeren Creator anzugehen. Hat er bei Rezo und bei Stay auch gut funktioniert. ...belästigung und sogar Übergriffe erfahren. Deswegen bin ich mir bewusst, dass ich als Frau deutlich mehr auf der Hut sein muss. Das bedeutet nicht, dass ich mich einschränken muss, sondern dass ich extrem aware sein muss, was ich wie und wo mache. Aufgrund meiner Erfahrungen neige ich dazu, mich freiwillig einzuschränken. Und trotzdem schreckst du dich ein. Das bedeutet nicht, dass ich mich einschränken muss, aber aufgrund meiner Erfahrungen tue ich das trotzdem. Also schränkst du dich ein. Und er nimmt das als Grund, um seine Position zu verteidigen. Er appelliert dafür, dass Frauen sich einschränken sollen. Aber von einem Lockdown für Frauen, da kann man ja nicht von sprechen. Und ja, ein Club ist laut Titek definitiv ein rechtsfeierer Raum. ...nummer sicher zu gehen. Das habe ich auch in meine Erziehung einfließen lassen, damit meine Tochter vorsichtig genug ist, nicht in eine Disco ihr Glas auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen, nicht nachts Abkürzungen durch menschenleere Parks zu nutzen und so weiter. Das heißt nicht, dass ich Frauen, die das tun, sage, dass sie schuld sind, denn das sind sie nicht. Ich rate jungen Frauen aber diesbezüglich sehr vorsichtig zu sein, damit ihnen sexuelle Übergriffe nicht passieren. Und um solche Situationen geht es auch, als Gnu dann wieder über mich spricht. Es geht hauptsächlich darum, dass Rezo eine Aussage getroffen hat, die man kritisieren muss. Und zwar sagt Rezo in dem Video, dass wenn man als Frau auf eine Aftershow-Party eingeladen wird, ja eigentlich keine Erwartungen haben muss. Also Analogie. Analogie ist es nicht vergleichbar, aber um und bein zu verstehen, so Analogie. Jedes schwarze Familienteil wird ihren schwarzen Kindern sagen, was Rassismus ist und dass sie es erleben werden. Das bedeutet nicht, dass Rassismus okay ist, dass man damit zu rechnen hat, dass das passiert, sondern dass man weiß, dass es passieren kann und dass man vor allem nicht schuld dafür ist. Aber zu sagen so, ja du musst ja damit rechnen, ein Kind, die Klubs sind böse. Digga, also das ist halt, das ist ein ganz komischer Take. Es ist ein ganz komischer Take. Du klärst als Elternteil natürlich darüber auf und als Freundin sprichst du auch darüber, wo was gefährlich, wo Angsträume sind. So, das sprichst du drüber. Aber das, das hat in der Debatte überhaupt nichts zu suchen. Überhaupt gar nichts. Wir sprechen immer nur explizit darüber, oder das war ja der Auffänger, dass eine, dass eine, eine Frau, eine andere Frau dazu eingeladen hat, in einem Backstage-Bereich Party zu haben. Clubs sind immer noch kein rechtsfreier Raum. Und zu einer Party eingeladen werden, bedeutet nicht, dass du damit zu rechnen hast, dass du dort eventuell sonst was mit dir machen lassen musst. Das bedeutet das nicht. Dass du dein Handy abgeben musst, dass du in einem weiteren Raum nochmal separiert wirst und sowas so. Es ist so abstrus, das als Argument reinzunehmen. Und Gnu hat im Vorfeld über ihre eigene Situation gesprochen. Seine Tochter zu warnen, ist was anderes, als den Opfern zu sagen, hattest du mal besser auffassen sollen. Ja, natürlich! Als ob wir sowas nicht vorher sind, man... Es ist halt... Es ist so... Es ist so lost, Alter. Es ist so lost. Man muss sich wirklich vorstellen, als Frau, und das weiß er ja, das sagt er ja selber, als Frau musst du so viele Sachen auf so flachen und so, und du tust das und du hast trotzdem solche Kekos wie ihn, die sich ins Internet stellen und darüber sprechen wollen, was sie als Frau, als potenzielles Opfer hätten anders machen sollen. Oder was ja so wichtig ist, so... Du bist nicht deren... Also, du bist es nicht. Du bist es nicht. ...korrigiert diese Aussage und sagt, die ist gefährlich, denn man muss in der heutigen Zeit diese Erwartung haben. Ich muss sagen, ich war auf vielen Aftershow-Partys und für mich war klar, Aftershow-Party heißt nicht... Neodonation vom Herzmut das Kleinreden der Gewalt von Titek sehen wir daran, dass er von Erwartungen spricht, aber nie von Befürchtungen. Es geht immer darum, Täter nicht zu inspirieren, aber nie darum, sich keine Täter heranzuziehen. Das sagt er sogar noch... Sehe Toxic Boy Mums 1. Ja, das sagt er sogar noch mal explizit in den Kommentaren. Sagt er explizit, dass dieses raise your sons not to be... Das sagt er, dass er das schwierig findet. Sondern eher, dass man ja als Frau auch damit so... Es ist so lost. Es ist so lost. Ohne Witz. Warum kann ein Mensch nicht einfach Täter verurteilen? Warum geht das nicht? Warum muss man dann auch gleichzeitig oder sogar wie er über die Opfer sprechen? Aber nicht im Sinne von Solidarität für euch, sondern darüber sprechen, was wir besser machen können, anders machen können. Was weiß ich alles. Das ist so lost, ey. Ich habe Tochter und Sohn. Ich warne meine Tochter auch vor Männern wie ihm. Ja, natürlich. Natürlich. Also, Digga, what the fuck? Aber das ist, also... Das... Es ist ja kein Argument, was in dieser Situation in irgendeiner Weise sinnvoll, valide oder anzubringen ist. ...dies, um mit Leuten zu quatschen, Spaß zu haben und zu tanzen. Und da muss ich auch überhaupt nichts anderes erwarten. Okay, selbe Logik für dich genug. Im Club sein Glas unbeobachtet zu lassen, heißt ja dann auch nicht, dass man damit rechnen muss, dass es mit irgendwelchen Substanzen versetzt wird, oder? Dann braucht man da doch also auch nicht aufpassen, oder? Natürlich heißt, feiern gehen nicht, ich will bursen oder ich will begrapscht werden. Die Realität ist aber leider, dass es Männer geben wird, die dich trotzdem begrapschen. Und deswegen muss man leider auch damit rechnen. Und was macht man dagegen? Was ist seine Alternative? Seine Lösung? Was ist seine Lösung? Nicht in den Club zu gehen. Weil man muss ja damit rechnen, begrapscht zu werden. Also was tut man dagegen? Als Frau. Was haben wir dagegen tun? Oder als Freund. Was sollst du dagegen tun, dass deine Freundin nicht begrapscht wird? Oder deine Tochter? Was sollst du dagegen tun? Die wissen das. Wir alle auch wissen das. Und das Einzige, was ich als Mann tun kann, ist nicht zu grapschen und zu beobachten, wenn ich jemanden sehe, der das machen möchte, der sich vielleicht auf Du-Du auf die Hände geben. Aber ich kann ja nicht überall sein. Burka an und nicht das Haus verlassen. Das ist so ein Loser. Ich habe angefangen, Kappersport zu machen. Das hilft ja nicht. Auch dann werden ja trotzdem noch Leute das versuchen. Du wirst dich dagegen wehren können. Aber versuchen werden Leute das ja trotzdem. Das Einzige, was du effektiv tun kannst, sonst ist nicht mehr das Haus verlassen mit Frauen-Lockdown. Und das ist ja Lost. Anstatt bei denen zu arbeiten, da anzusetzen, die das Problem sind, übergriffige Kerle, wird hier darüber gesprochen, was Männer tun, was Frauen tun können. Was Frauen erwarten sollten. Das ist so kaputt. Und da muss ich auch überhaupt nichts anderes erwarten. Dann sagst du jungen Frauen, dass sie sich davor auch nicht schützen müssen. Ich erwarte beim Fernsehgucken zu Hause ja auch nicht, dass mir ein Vogel auf den Kopf kappt. Aber wenn ich in einem Vogelpark bin, sollte ich vielleicht doch eine Mütze anziehen. Also solange die Vögel übereinfliegen, ihr wisst schon, was ich meine. Also müssen Frauen erwarten, dass sie von irgendwen begrapscht werden, wenn sie mit ihrem Kind zum Beispiel auf dem Spielplatz sind? Eher weniger. Müssen sie es eher erwarten, wenn sie im Kind... Ich finde das nochmal wichtig, das Titel hier uns eine Liste zeigt, wann man wo was zu erwarten hat. Das finde ich wichtig an der Stelle. Denn er ist der Experte in dem Bereich. Er hat das studiert. Soziologie ist er da, der Experte. Und auch wenn es um Frauen geht und wo ihre Angsträume sind, das hat er studiert. Und dass er hier nochmal eine Liste aufzeigt, das finde ich wichtig. Das Video wäre so schön, wenn es auf dem Lautnuss wäre, oder? Ah, Bild. Schmerz. Das schweiß ich nicht, was das Ding ist. Aber Bild schreibt darüber, dass auf einem Spielplatz Mädchen, Frauen, Übergriffigkeiten, also Misshandlungen erlebt haben. Heißt, Spielplatz ist auch nicht sicher. Hm. Wir bewegen uns ein Stück weit immer näher zum Lockdown für Frauen anscheinend. Leider ja. Vielleicht reden wir aber auch nur aneinander vorbei. Vielleicht meinen Riese und Gnuja, dass man es nicht erwarten müssen sollte, dass es nicht normal ist und auch nicht zur Norm werden darf. Dann wäre ich auch absolut auf eurer Seite. Aber ihr sagt, dass Frauen es nicht erwarten... Ich glaube, die wollen nicht, dass du auf deren Seite bist. Ich glaube das nicht. Ich glaube, niemand will, dass du auf deiner Seite bist. Ich würde automatisch eigentlich bei allen Themen erstmal meine Position hinterfragen. wenn er auf meiner Seite ist. Erstmal direkt. Jetzt fängt ja die Wortkläuberei an. Und da muss ich auch überhaupt nichts anderes erwarten. Einigen wir uns doch stattdessen darauf, dass man als Frau bei einem solchen Konzert Backstage überhaupt keine Erwartung haben muss. Und wenn man sich ohne Erwartung daran in eine Situation beginnt, wo sowas aber leider viel häufiger vorkommt, dann schützt man sich ja auch automatisch nicht davor. Denn wieso Vorsicht, wenn man nicht damit rechnet? Und was willst du tun? Was willst du tun im Club? Wenn du mit dem Rücken zu zehn Menschen stehst, dann kannst du nicht jedem in die Augen gucken gleichzeitig, während du tanzt. Ergo, vielleicht nicht mehr im Club sein. Oder aus dem Haus oder in der Bahn oder auf dem Spielplatz. Oder in der Nähe des Onkels, deines Vaters, deiner Mutter. Es gibt keine absolute Sicherheit für die Opfer. Gibt es nicht. Wenn man den Gesamtkontext der beiden Videos betrachtet, dann sieht man ganz genau, wie Rezo und Gnu das gemeint haben. Ja, natürlich, natürlich. Aber das ist ja auch sein Ding, dass er Aussage aus dem Kontext schneidet. Da ist nicht viel mit Aussage aus dem Kontext schneidet, weil er effektiv wiederholt das Gleiche, was er letztes Mal auch schon gesagt hat. Selbst wenn du weißt nicht, was die denken. Ja, du weißt es nie. Wie gesagt, er hat halt null Verständnis oder Vorstellungskraft, wie das sein könnte, Opfer zu werden von sexueller Gehalt. Null Vorstellungskraft. Er geht davon aus, dass solche Fälle nur passieren, wenn du draußen alleine im Wald als Frau mit kurzem Rock oder sowas unterwegs bist. Und so ist das nicht. So ist das nicht. Leider muss man es in bestimmten Situationen erwarten, weil es leider viel zu viele ekelhafte Menschen gibt. Und auch nochmal, natürlich kommt es auf den Kontext an. Gerade auf Partys oder beim Feiern gehen, trinken die Leute Alkohol, die Hemmschwelle sind. Viele Männer sind dort nur wegen dem einen. Die Chance fürs Begrabschen rechtliche Konsequenzen zu erhalten, ist leider auch zu... Egal. Und das... New Donation from Leonie-0845 Ich weiß endlich, wie wir die AfD stoppen. Tetech muss Werbung für die machen. Die lösen sofort die Partei auf aus Angst vor einem schlechten Image 1. Wir schleusen die da einfach ein. Wir schleusen die da einfach ein. Jetzt setzt die von innen. Die werden einfach alle links radikalisiert, wenn sie den reden hören. Digga, das ist so schlimm. Es ist das, was er gerade reproduziert, ist männerfeindlich. Das, was der gerade reproduziert, ist männerfeindlich. Red halt für dich. Seit wann kannst du für alle Männer sprechen, wenn es darum geht, was Männer im Club machen? Digga, ich bin so viel im Club gewesen und das immer, immer, weil ich mit meinen Jungs tanzen wollte. Weil wir die Mucke gefühlt haben. Weil wir gerne getanzt haben. Das ist das Sexismus 101. Einfach mal eben, der Mann, der ist immer willig, der geht nur in den Club, weil er willig ist. So. Ganz simpel. Logisch. Es gibt gar keinen anderen Grund, als Mann, in den Club zu gehen oder in der Bar. So. Das ist so, es ist, es ist so lost. Es ist so lost. Ich lass mir doch nicht von ihm sagen, weswegen ich feiern gehe. What? Und wa? John unterstrich Herzmut cheered x100 Schwule Männer waren von Teteck also auch nicht mit gemeint. Ja, ja. Das erfahren wir dann im nächsten Video, wer sich dann davon nicht angesprochen fühlen muss. Und die Frauen sind blöd, weil die wollen mich, weil die wollen mich nicht. Ja, ja, genau. Es ist so kaputt, Alter. Henning unterstrich einfach unterstrich so cheered x100 an alle weiblich gelesene Personen im Chat. Informiert euch zu Angel Shots. Das wird euch in Clubs und Bars helfen, wenn ihr in gefährliche Situationen kommt. What's that? Ein Kotwort oder was ist das? Aaaaaah. Niedrig. In überfüllten Clubs weiß man oft überhaupt nicht, wer der Täter überhaupt gewesen ist oder man will sich den Abend nicht versauen, indem man die Polizei ruft. Ein überfüllter Club ist für Täter der perfekte Ort, um solche ekelhaften Sachen zu machen. Also muss man leider damit rechnen, dass... Da hat er sich aber gut reinverkopf, ne? Da hat er sich aber gut reingedacht in die Perspektive der Täter. Das finde ich sehr spannend, dass er sich das gut nachvollziehen kann, warum man gerade im Club als Täter so aktiv ist. Finde ich interessant. Finde ich sehr interessant. Vielleicht einfach genau dieselbe Handhabe nehmen und auf die Opfer anwenden. Vielleicht da einfach sich mal ein bisschen reinversetzen. Ich meine, anscheinend kann er sich ja in Personen reinversetzen. Anscheinend kann er das ja. Einfach bei den Opfern mal machen. Irgendein Täter solche ekelhaften Sachen macht. Ich erwarte als Frau eher, wenn ich in den Club gehe oder auf eine Aftershow-Party, dass Männer ein Nein einfach akzeptieren, wenn ich nicht bursen möchte. Und falls dort Menschen sind, die an dem Abend mehr wollen, easy, aber die haben zu akzeptieren, wenn ich nicht will. Und in einer besseren Welt würde es tatsächlich so ablaufen. Wäre das nicht schön? Die Realität ist aber, es kann immer sein, dass jemand dein Nein nicht akzeptiert und dich dann trotzdem bekrapscht. Ist ja also schön, dass du mit der Erwartung auf... Und... Und jetzt sitzt du hier so und guckst dir das Video an, so als Frau, die von ihrem Onkel begrapscht wurde. Wie soll man sich da nicht dann angesprochen fühlen? Obwohl es um Clubs geht. Obwohl uns allen bewusst ist, dass das ja nicht nur in Clubs passieren kann und man als Frau generell nirgends 100% sicher sein kann. Aber es... Ach so, ja. Partys geht, dass sowas nicht passiert. Dann wird die Realität dich aber irgendwann enttäuscht. Wir können uns die Realität eben nicht so machen, wie sie uns gefällt. Ganz im Gegenteil. Ekelhafte Schweine werden sogar das ausnutzen. Die werden ausnutzen, dass du nicht damit rechnest und es zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Wenn man nicht erwarten müsste, dass ekelhafte Typen ekelhafte Sachen machen, dann braucht man ja auch sowas wie Pfefferspray oder Taser nicht, oder? Hast du Pfefferspray oder Taser genug? Wenn ja, dann wieso? Du gehst doch gar nicht mit der Erwartung rein, dass sowas passiert. Ich erwarte... Wie ihn ist das wirklich so, wenn du nicht vorbereitet bist? Also, Dinger, das ist so lost. Bist du jetzt als Frau... Bist du jetzt als Feministin Heuchlerin, wenn du von der Welt und von Männern um dich herum verlangst, dass sie sich im Griff haben, du aber trotzdem auf das Schlimmste gefasst bist, weil du einen Pfefferspray dabei hast? Das war kein Gutscher-Moment. Taser sind übrigens verboten, I know. Und auch Pfefferspray gegen Menschen sind auch verboten, was eigentlich da... Sind ja auch nur erlaubt, meine ich, gegen gefährliche Tiere und sowas, ne? Pfefferspray und Taser sind im Club in der Regel gar nicht erlaubt. Nee! Gib mal Pfefferspray im Club ab, so, da haben alle eine schlechte Zeit, ey. Eine ganz schlechte Zeit. Ey, es ist halt einfach... Das ist halt so kaputt, ey. Ohne Witz. Das war kein Gutscher-Moment. Ohne Witz, ey. T.S. Gas zu Tierabwehr ist gestartet. Genau, aber nicht gegen Menschen und... Es ist halt dumm, Alter. Es ist halt dumm, Alter. Wenn ich nicht vorbereitet bin, bin ich naiv und wenn du vorbereitet bist, bist du... Nee, der bist so ein Heuchler. Weil du hast dich ja vorbereitet. Bist du eine Heuchlerin, wenn du dich vorbereitet hast, so. Weil... Aha! Offenbar sind doch alle Männer schlecht, so. Und er hat ja doch recht gehabt, so. Es ist so lost. Es ist so unglaublich lost, einfach. Unglaublich lost. Als Frau eher, wenn ich in den Club gehe oder auf eine Aftershow-Party, dass Männer ein... Ich würde mich als Frau in T-Tex-Freundeskreis nie 100% sicher fühlen können. Real talk. Real talk. Ich würde mich als Mann in T-Tex-Freundeskreis auch nicht sicher fühlen. Real talk. Also, so wenig Empathie, wie der hat, so, ist... würde ich... würde ich sagen, kann sich niemand 100% sicher fühlen in seinem Freundeskreis, so. Digga, wie schwer, wie schwer kann das sein, sich mal... sein eigenes Ego mal kurz wegzuklemmen und einfach... einfach mal sich in die... in das potenziell traumatische Erlebnis von Opfern reinzuversetzen und da nicht darauf zu beharren, dass sie ja irgendwo auch mit dem Schlimmsten rechnen müssten oder rechnen sollten, so. Wie schwer kann das sein? So, und wenn du das... wenn du das bei offensichtlichen, katastrophalen, äh... traumatischen Erlebnissen, wie halt sexueller Übergriffigkeit gegenüber Kindern und Frauen und Hilfsbedürftigen im Allgemeinen und sowas nicht kannst, so, die willst du dann simpleste... mindest... ein Mindestmaß an Empathie aufbringen, bei wesentlich kleineren Fällen. Wenn du es bei den ganz großen schon nicht hinkriegst. Verstehe ich nicht. In beiden Fällen müssen Frauen ausgehen, dass 100% der Männer vergewaltt ja so... danach ein potenzieller... Nach seiner Logik... nach seiner Logik, ja. Nach seiner Logik ist er ein gefährlicher, potenzieller, übergriffiger und alle anderen Männer auch. Aber das geht ja auch nicht, weil dann müssten wir ja dann und dementsprechend müssten wir dann ja einen Lockdown für Männer fordern. Nein, einfach akzeptieren, wenn ich nicht boosen möchte. Wenn du also Pfefferspray oder Taser mitnimmst, wenn du feiern gehst, kann es dann also nicht doch sein, dass du damit rechnest, dass sowas passiert? Gotcha, bitch! Und auch hier wieder, Gnu redet von einer Situation, die ich damals nie mit gemeint habe. Gehe ich also noch diesen... Ja, dieses Gotcha-Meme, ne? Wir berücksichtigen hier an der Stelle bitte nochmal, dass Gnu als Opfer von einer sehr traumatischen sexuellen Gewalttat über ihre Erlebnisse hier auch reflektiert. Hat er Gnu gerade mit dem Meme Bitch genannt. Ja, der hat das, äh, das, äh, das, dieses, das Dave Chappelle-Meme genommen, um halt sie als, ne, Gotcha-Bitch, so mäßig. Und wäre ich, würde ich mich jetzt auf dasselbe Niveau herabsetzen, würde ich jetzt den Monte-Clip rausholen, der die ganze Zeit, halt die Fresse, du! schreit. Die ganze Zeit. Weil es ist ja nur ein Meme. Ich nenne die ja gar nicht HS, ist doch nur ein Meme. ...aussagen von Ihnen, hätte ich es damals als 16-Jährige verhindern können, hätte ich am helllichten Tag nicht den Bus genommen, hätte ich damals nicht den Zug genommen. Und in diesen, und in diesen, diesen Gedankenkreisen bewegt man sich als Opfer, und das die ganze Zeit. Und das ist so ekelhaft, wenn dann er mit solchen Videos um die Ecke kommt. ... am helllichten Tag im Sommer nicht in die Einkaufsstraße gegangen. Sie war 16, keine erwachsene Frau, und es war in einer Situation, die überhaupt kein erhöhtes Risiko darstellt. Aber das ist wichtig, dass er das definiert hat für uns alle, was das erhöhte Risiko ist. Wie gesagt, die meisten Fälle passieren halt im direkten sozialen Umfeld, ist erhöhtes Risiko. Haben wir ja am Anfang des Videos schon geklärt, dass das direkte soziale Umfeld erhöhtes Risiko ist. Das mit der Teilschuld war dumm von mir, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber selbst damals, als ich es noch so gesehen habe, war Gnus Situation überhaupt nicht das, was ich damit meinte. Ich habe damals von Eigenverantwortung von Frauen gesprochen. Frauen. Ich finde das so krass, wie er auch immer noch seine Position von früher verteidigt. Anstatt einfach drüber hinaus zu wachsen, Gras drüber wachsen zu lassen, verteidigt er, ich stehe zwar nicht mehr dafür, aber früher habe ich das so und so gesagt, und das wurde so und so falsch. Wahrscheinlich meinte, Digga, er führt hier einfach eine stellvertretende Debatte. Ich stehe zwar nicht mehr dazu, aber eigentlich, und rechtfertigen, du hörst dich trotzdem. Weltmeister im World Club und Definitionsgymnastik. Ja, es ist begeistert. 16-jährigen Mädchen. Der nächste Clip wird jetzt etwas länger, das tut mir vorab schon mal leid, aber der ganze Kontext ist wichtig. Und am Ende des Clips stellt sie eine Frage, die ich gerne beantworten möchte. Frauen sollten in einen Backstage-Bereich gehen können, ohne zu befürchten, dass dort sowas auf sie wartet. Frauen sollten mit Minirock in einen Club gehen können, ohne erwarten zu müssen, begrapscht zu werden. Punkt. Und jeder der Frauen in solchen... Beende da doch einfach den Satz. Auf den Punkt gemacht. Auf den Punkt gemacht einfach. Sobald sie 18 ist, 0 Uhr, Selbstschuld. Direkt. Oder zumindest Teilenschuld. Weil sie war ja naiv. War ja 18. Nein, auch keine Frage. Die Realität ist aber, dass solche widerlichen Schweine nun mal existieren und man deshalb damit rechnen muss, dass sowas passiert. Natürlich sind die widerlichen Schweine daran schuld, dass es so ist, wie es ist. Aber man kann sich selbst schützen, indem man vorbeugt. Indem man sich solche Entscheidungen gut überlegt. Auch wenn es krank ist, dass man sich solche harmlosen Entscheidungen gut überlegen muss. Ich glaube, dass es bei ihm tatsächlich so ist und es ist bei vielen anderen Männern auch so. Die können sich gar nicht in diese Männer hineinversetzen, weil sie niemals selber so acten würden und da sage ich, das ist ja auch gut, dass ihr nicht das nachvollziehen könnt. Naja, er hat ja gerade schon bewiesen, dass er gut nachvollziehen kann, warum im Club anscheinend nach seiner Logik, ich glaube, dass ja auch immer noch nicht so viele Täter im Club unterwegs sind. Hat er ja schon bewiesen, dass er weiß, dass er sich da reinversetzen kann. So, er weigert sich halt nur, sich in die Opfer reinzuversetzen. Und wenn überall ein erhöhtes Risiko herrscht, weil du halt eine Frau bist und du auf der Stirn der Täter nicht stehen hast, hey, ich werde dich schnackseln wollen und das gegen deinen Willen, ist überall Risiko. Bereich. Überall. New Donation from Adam1Ral unterstrich Hipster Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus eins. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Menschen denken? Aber dann versucht euch wenigstens in die Opfer hineinzuversetzen. Aber lasst uns auch mal über die widerlichen Schweine reden. Warum sollen wir uns für diese widerlichen Schweine einschränken? Also erstmal geht es ja gar nicht um jede einzelne Situation im Leben. New bezieht nur alles auf jede Situation, weil aus ihrer Sicht jede Situation Gefahrenpotenzial birgt. Und das kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen. Aber man kann ja auch nicht leugnen, dass manche Situationen einfach gefährlicher für zum Beispiel Belästigungen sind. Aber wer entscheidet das? Wer entscheidet das? Das ist ja faktisch überhaupt nicht belegt, was er hier tut. Er arbeitet übrigens selten und mittlerweile kaum noch mit Fakten oder mit wissenschaftlichen Statistiken, weil die könnte man ja debanken. Alter, lies Statistiken, du keck. Ja, das ist halt so weit von der Realität fern, dass er sich solche Aussagen halt aus dem Rektum ziehen kann, weil es halt bauchy, bauchy, füli, füli. Betrunkene Männer im Club, Männer betrunken, können sich nicht zurückhalten. Ergo muss nur im Club ganz viel Sexuelles und sowas passieren. Ganz normal. Ganz normal. Seine Self-Spiel-Spielplätze haben wir bereits debunked. Ja. Und dass die meisten Übergriffe im familiären Umfeld passieren, ist halt auch Fakt. Also, Fakt, Fakt. 17 Personen haben ein zwölfjähriges Mädchen in Wien. Das braucht vor kurzem. Wahrscheinlich war die nicht in einem sicheren Raum. Es gibt keinen sicheren Raum für Frauen. Gibt es nicht. Gibt es nicht in unserer Gesellschaft. Und er trägt dazu bei, dass das so bleibt. Mit der Rhetorik. Weil immer, wenn du in der Lage, wenn du noch in der, das regt mich ja so auf, wenn du in der Lage bist, als außenstehende Person zu diskutieren, was man hätte anders machen sollen, was man, wo die Verantwortung dann liegt und ob da Teil fahren oder nicht und ja, und du weißt ja eigentlich auch, dann sprechen wir nicht darüber, was wir tun können, damit Täter nicht zu Tätern werden, sondern wir sprechen darüber, was die Opfer hätten tun sollen. Und das ist halt krank. Zum Beispiel ist es ja, beim Feiern gehen im Club viel wahrscheinlicher begrapscht zu werden, als wenn man in der Firmencafeteria essen geht. Nein! Man sollte also seine Vorsicht auch der Situation anpassen. Ein Teil der Vorsicht kann natürlich Einschränkungen sein, aber es gibt ja auch andere Methoden, zum Beispiel, indem man einfach viel vorsichtiger in den Situationen ist. Aber dafür mal abgesehen, für Sicherheit muss man immer seine Freiheit einschränken genug. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Das ist quasi ein Naturgesetz. Je mehr Sicherheit... Das ist kein Naturgesetz. Das ist ein Politikwissenschaft. Eine Politikwissenschaftliche Doktrin. Maxime, was weiß ich. Das ist kein Naturwissenschaft. Kein Naturgesetz. Digga. Ohne Witz. Heftig nicht. Heftig nicht. What the fuck? Wo hat er das denn her? Wie unwissend kann man sein? TITLE HOLD MY BEER! Wenn man haben will, desto weniger Freiheit hat man. Natürlich, für maximale Sicherheit müsste man dann wirklich einen Lockdown für Frauen ausrufen, aber davon spricht doch keiner. Naja, außer dir genug. Und um die Frage von dem letzten Clip jetzt nochmal zu beantworten. Warum sollen wir uns für diese widerlichen Schweine einschränken? Man schränkt sich nicht für die widerlichen Schweine ein, sondern für die eigene Sicherheit. Glaub mir. Das ist halt komplette Wortklauberei. Oh mein Gott. Man schränkt sich nicht für die Schweine ein. Die wollen ja nicht, dass du dich einschränkst. Nein. Man schränkt sich für sich. Digga, das ist komplett ohne Witz. Der ist vorhin amtlich ausgerissen. Ich hoffe, der legt das hoch. Das geben wir uns auch nochmal. Das geben wir uns auch nochmal. Wir begraben seinen Schmutzkanal. Begraben wir so doll mit Reactions und mit mit allem. Der ohne Witz, der kann zurück in die Versenkung kriegen, wo er herkommt. Der Kerl macht mich schon wieder so mit. Ohne Witz. Für den widerlichen Schweinen ist es doch lieber, wenn ihr in den Clubs seid, wenn ihr euch nicht einschränkt. Das ist für ein Argument. für einen Frauen-Lockdown auf freiwilliger Basis, aber er spricht nie aus, dass es einen geben sollte. Er denkt wirklich, dass das einen Unterschied macht. Ja. Am Ende gibt es in beiden Versionen nur noch Männer in den Clubs. Eins. Stimmt. Stimmt. Es ist so, also ey, ohne Witz. Wenn alle Frauen sich Sorgen machen müssen, ne, wie er ja appelliert, wenn alle Frauen sich Sorgen machen müssen, in den Club gehen zu können, und das lieber lassen sollten, denn gäbe es keine Clubs mehr, wir wären ja nur Männer. Und das wäre halt ein Loki-Frauen-Lockdown. Erinnert ihr euch an der Stelle? Erinnert ihr euch? Und da gehen wir nochmal auf sein Profil. Als er den kompletten, bitte an das Video, ihr denkt an das Video. Danke. Danke, Evelina. Danke. Als er den kompletten, als er den kompletten halben Meltdown geschoben hat, ein eigenes 10-Minuten-Video hochgeladen hat, Ausgangssperre für Männer. Als in irgendeinem japanischen Fortune-Verschnitt-Forum für Animes irgendjemand aus Scherz Lockdown für Männer geschrieben hat. Und er hat ein ganzes Video darüber gemacht, das kann ja nicht sein, er hat sich hier komplett eingeschissen, so. Und in dem Video jetzt fährt er die ganze Zeit in seinem Skandal, wie auch, fährt er die ganze Zeit die Rhetorik und listet auf, warum es effektiv sinnvoll wäre, einen Lockdown für Männer zu machen, weil dafür appelliert er effektiv die ganze Zeit. Aber wird sich dagegen... 1-Ral-Hipster-Ich-Schenke-Tee-Keck eine Schaufel, damit er sich ein Loch buddeln kann, in das er sich nach seiner Internet-Karriere verkriechen kann 1. Ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz, wenn er einen Arbeitgeber sehen oder sonst jemanden denkt, was habe ich mir dafür in mir nur angelacht. Vielen Dank für die 1. Aber in dem Video scheißt das sich völlig ein, wenn es darum geht, die Täter in die Verantwortung zu nehmen, aber alle Täter, du als Frau kannst du, musst du damit rechnen. So, ja, dann wäre die Konsequenz wäre ja dann, dass man alle Männer effektiv nicht mehr unter Menschen lässt, unter Frauen zu Frauen lässt. Oder halt, was Gnu halt rausinterpretiert aus seiner Rhetorik, die er ja mit Gründen auch schon untermauert ist, Lockdown für Frauen. Entweder Lockdown für Männer, weil dann ist absolute Sicherheit, oder Lockdown für Frauen, weil dann ist ja auch absolute Sicherheit. Ist halt alles so dumm. Also, damit appelliert er doch gerade active für einen Lockdown der Frauen. Aber vorher scheißt er sich noch ein, dass Gnu ja das ihm in den Mund gelegt hat. Warum bezieht er sich so sehr auf Kritik von Gnu, obwohl er Rezo und Stay konkret genannt hat. Das liegt daran, dass er ja nicht mehr dieselben Takes wie damals verfolgt, er sich aber trotzdem noch für die Takes von damals rechtfertigen möchte. Und, und weil das ganz klar ein Kalkül ist. Er biedert sich jetzt gerade der, der Insel-Community an, so, indem er jetzt gegen Gnu schießt, die ja schon feministischer ist und hat ja auch, ne, ordentliche Aufmerksamkeit gemacht, als er das letzte Mal gegen eher linkere Creator geschossen hat. Und jetzt tut er sich halt ein weibliches Ziel raus für diese ganzen kleinen Guts, die ähnlich denken wie er, aus die seine Community besteht. Den hat man ja nicht umsonst Inselmensch genannt, den Kerl. Seine frauenfeindlichen Ansichten werden jedoch offensichtlich klar. Er appelliert gerade in seiner letzten Aussage, appelliert er doch damit, dass Frauen sich effektiv für ihr, zu ihrem eigenen Schutz doch bitte besser, stärker einschränken sollten. Weil, ne, du kannst ja diese ganzen bösen Männer, diese alle, anstatt da die Täter in die Verantwortung zu nehmen, darüber zu sprechen, wie Täter, wie Täter nicht zu Tätern werden, wie wir Männer uns gegenseitig mehr in die Verantwortung nehmen könnten, so, macht er zwei Videos darüber, wie die Verantwortung der Frau zu interpretieren ist. Kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken. Wenn nicht ein und so ein widerliches Schwein vergreift sich an euch, dann seid ihr es, die potenziell ein Leben lang darunter leiden. Ich sagte in meinem Video ja auch nie, dass Frauen sich einschränken sollten. Ich sagte, man solle es sich gut überlegen. Das blendest du ja auch ein, Gnu, und stellst daraufhin die Frage. Aber man kann sich selbst schützen, indem man vorbeugt. Indem man sich solche Entscheidungen gut überlegt. Er argumentiert geht für das, für das er sich angeblich entschuldigen will. Ja, die ganze Zeit. Er hat effektiv dasselbe Video nochmal gemacht, nur neue Worte gefunden dafür. krank ist, dass man sich solche harmlosen Entscheidungen Es ist das gleiche. Obvious. Ja, man sollte sich gut überlegen, ob man das Risiko eingeht, potenziell Opfer von sowas zu werden und ein Leben lang darunter zu leiden. Und wenn man sich dagegen entscheidet, dann tut man sich nicht für diese widerlichen Schweine einschränken. Sondern man schränkt sich für seine eigene Sicherheit ein. Und wenn man sich nicht einschränkt, dann bin ich der Letzte, der einem eine Teilschuld zuspricht. Also mittlerweile. Come on. Come on. Come on. Come on. Das kannst du dir doch nicht ausdenken, Alter. Der Joe... Als ob er unsympathisch studiert hat. Das kannst du... Der will das doch. Das ist doch Ragefarming hier an der Stelle. Das kannst du dir doch nicht ausdenken, Mann. Warum ist der so? Nein, du Kekko, ich hab mich nicht dafür entschieden, mich überfallen zu werden. Nein, natürlich nicht. Niemand hat das. Das ist so unglaublich widerlich. Ich mein, er setzt sich hier immer noch hin als Kerl, der so weit weg von diesen Themen ist. Und meint und meint darüber sprechen zu können, Experte zu sein und den Frauen zu sagen, wie sie oder Ratschläge geben sollte. Der Gast ist so halt einfach... Trotzdem seid es ja dann ihr Frauen, die mit den Konsequenzen leben müssen und nicht die Täter. Was kann ich also zu Gnus Video sagen? Ich finde es nach wie vor gefährlich, dieses Narrativ zu verbreiten. Frauen müssten ja nichts Schlimmes erwarten. Ja, es war damals vielleicht ein bisschen übertrieben, zu sagen, man müsste das Schlimmste erwarten. Kann man drüber diskutieren. Aber ich bin der Meinung, es ist besser, das Schlimmste zu erwarten und diese Erwartung... Ich sage nicht, dass es einen Lockdown geben soll, aber man sollte sich schon einschränken, um sicher zu sein. Je mehr man sich einschränkt, desto sicherer ist man. Aber von Lockdown habe ich nie gesprochen. Eins. Ja, ja. Du bist jetzt auf Lockdown gekommen. Du bist darauf gekommen, dass du die Küche nicht mehr verlassen hast. Ich hab doch nichts gesagt. Nö. Nö. Aber hier hast du noch zehn andere Gründe, warum die Küche viel sicherer ist als du. Warum ist er zurück? Weil er noch mal... Er wollte noch mal doll... Er wollte gucken, ob er noch doll rein scheißen kann. ...treffen da nicht ein. Vielleicht ja auch, weil man so ein bisschen vorsichtiger war, anstatt nichts Schlimmes zu erwarten und diese Erwartungen treffen dann nicht ein. Vielleicht, weil man auch eben unvorsichtiger war. Außerdem finde ich es ekelhaft, mir eine Welt an sich in den Mund zu legen, die ich so nie geäußert, nie so gesehen und gemeint habe. Nur weil man das so interpretiert hat. Und das, obwohl es zumindest zwei Anzeichen dafür gab, dass ich diesen Frauen-Lockdown überhaupt nicht befürworte. Dann noch zu behaupten, man hätte sich diese Aussagen ja nicht ausgedacht, aber auch kein Clip zu zeigen, wo ich das dann gesagt habe, ist auch maximal manipulativ. Ihr könnt mich gerne weiterhaken. Auch für Aussagen, die ich... Neodonation vom Herzmut könnte auch nur irgendjemand einen Abend in ständiger Angst genießen, belästigt zu werden? War es ein schöner Abend, wenn die beste Hoffnung nur sein kann, dass man ihn heil übersteht? Will man dann nicht lieber zu Hause bleiben, wenn das die beste Erwartung ist? Eins. Das ist... Also... Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, einen Lockdown für Frauen. Keine Ahnung. Ich starte gleich eine Pension, einen Lockdown ausschließlich für Titec. Ja, Internetverbot für ihn. Ohne Witz. Wir haben noch... Ey, wir lassen ihn jetzt durchlaufen. Wir lassen ihn jetzt ununterbrochen durchlaufen. Das sind noch 37 Sekunden. Er will doch nur die Anzeige Hauptmeister retten und aus dem Rampenlicht ziehen. Ja, ich glaube, er ist eifersüchtig wohl eher. So ein Ding ist das. Auf die Reichweite und dass alle Leute über den sprechen. ...in diesem Video wieder nicht gefallen haben. Aber ich lebe nun mal in der Realität, in der schlimme Dinge passieren, vor denen man sich schützen sollte. Man muss ja nicht... Und eins sitzt hier und hat uns bestimmt zwei Stunden lang eine Frikadelle aus dem Ohr gekaut, ey. ...mit Kanonen auf Spatzen schießen und für immer zu Hause bleiben. Aber so zu tun, als ob man keine Gefahren erwarten müsse, spielt den Tätern doch nur in die Hände. Das ist mir wirklich ein Rätsel, wie KuchenTV das Video von Glue damals sehen und dann das sagen konnte. Also dir hat das wirklich perfekt gemacht. Ist für mich wirklich ein perfektes Video einfach. Ja. Ah, nein, da waren wir schon. Aber basierter Take von KuchenTV. Basierter Take von KuchenTV. Das sage ich nicht nur, weil es ihn triggert. Ich auch. Ciao. Ja, das war wohl ein Video. Das ist das einzig Gute, was man darüber sagen kann. Es war ein Video. Und als es zu Ende war, ging es mir besser. New Donation vom Herzmut Frauen weichen seit einigen Jahren auf Quere-Clubs aus, um nicht angemacht zu werden, haben also ihre Wahlfreiheit zu ihrer Sicherheit schon eingeschränkt. Und er kommt in die Ecke. Doch die Täter folgen ihnen in die Clubs. Bei T-Tec haben Frauen einfach nie die Oberhand über sich selbst. ADM1-Hipster-ChiertX100 Meine Lieblingsstelle ist 16.40 Uhr, als er endlich seine Klappe gehalten hat. Ich fand auch, ich fand auch, bevor das Video anfängt, fand ich auch ganz gut. Äh, fand ich auch ganz gut. Ey, ohne Witz. Ohne Witz. Du hast nichts verstanden. Die Leute, ne? Die Leute sind mad. Die Leute sind mad. Und womit? Mit Recht. So Müll, Digger. Er soll sich einfach löschen. Er soll sich einfach löschen. Ohne Scheiß. MSM-IS-TY-8-0-Chiert-X100 T-Cack entschuldige dich bei Gnu. Lösch dich und dann ab auf die Insel. Genau das. Genau das. Oder, wobei, seine Entschuldigung bei Gnu wäre, ah, eigentlich hatte ich die ganze Zeit recht und du, Gnu, bist eine gemeine Lügnerin. So, das wäre eine Entschuldigung von T-Tec. So, deswegen, lösch dich einfach. Lösch dich einfach aus dem Internet raus. Oh Gott. Stop it. Just stop it. Es wird nur schlimmer. Ich verste... Also, die arme Insel. Selbst die Insel distanziert sich. Es ist so bodenlos. Ich kann das alles nicht mehr, ne? Ich werde auch jeden einzelnen Alert drin lassen, ne? Jeden einzelnen Alert würde ich drin lassen. Eure Beiträge sind teilweise besser als die Dinge, die ich zu sagen hatte. Junge! Ey, das ist ja so bodenlos, ne? Er wird so einer... Der ist so einer... Der wird erfolgreich damit, dass er einfach 99% aller Zuschauer triggert. Und erfolgreich damit, dass man ihn auch im Real Life meidet. Noch stärker meidet. Protect your... Protect your daughters, no educate your sons. Ausrufezeichen. Period. So nämlich. Und... Das ist der Weg. John-Herzmut-Cheert-X100. It's a community effort. I'm doing my part. I'm doing my part! Vielen Dank für die 100, ey. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Educate your sons. Täterarbeit an der Stelle. Täterarbeit, bevor sie... Täter dazu bringen, dass sie nicht zu Tätern werden, das präventiert Opferschaft. So nehme ich. Und Täter... Und Opferschutz natürlich. Und Opferarbeit im Nachhinein natürlich, wenn sie halt zu Opfern wurden. Das ist ja klar. So. Und natürlich auch Hilfsangebote, wenn es sich anmahnt und sowas. Präventiv arbeiten. Aber wichtig und richtig und alles. So. Aber im Fokus sollte stehen, dass man Täter... in der Täter zu werden. Und dass man... Dass wir Männer untereinander uns gegenseitig in die Verantwortung nehmen, nicht zu Tätern zu werden. Titek hat Mutbelly auf... Missbestellt. Ach ja, genau. Abschließend. Effektiv kann man das ganze Video... Kann man dieses gesamte Video effektiv als eine Burg- und Vorhof-Technik-Taktik bezeichnen. Denn eine Burg- und Vorhof-Taktik bezieht sich effektiv darauf, das ist ein Scheinargument, dass du erstmal ein Claim in den Raum stehst, der nicht verteidigbar ist. Gar nicht. Das war sein letztes Video. So. Und dann kommst du mit dem nächsten immer noch extrem weirden Take, der aber nicht mehr ganz so extrem ist wie der erste. Und da du die Leute schon geschockt hast mit deinem ersten Take, klingt der zweite plötzlich gar nicht mehr so verrückt. Ist trotzdem immer noch Schmutz und Müll. Aber das effektiv ist dieses gesamte Video. Und dabei waren noch ganz viele Strommänner dabei. Und ich meine auch Vermischung von Kausalität und Korrelation. Aber wichtig zur Abschließung dieser Thematik noch, hat er sich eine Instagram-Story rausgerendert vor ein paar Stunden, wo er jetzt aktiv Opferarbeit betreiben möchte. Er ist ja der Experte, er kennt sich da aus und er hat ja seine Empathie auch schon bewiesen. Gehen wir da kurz mal rein. Kommt jetzt vielleicht random, aber ich möchte Opfern von sexualisierten Straftaten eine Stimme geben für ein zukünftiges Video. Bruder, da kriege ich Schmerzen. Bei dem Gedanken, was er meint, über diese Themen sprechen zu können und denen eine Stimme zu geben. Klingt gar nicht nach Whitewashing seiner eigenen Plattform, aber okay. Solltet ihr Opfer davon sein, egal welches Geschlecht, könnt ihr mir eure Geschichten in den DMs erzählen und folgende Frage beantworten. Welchen Rat würdet ihr an anderen geben, um sich vor sowas zu schützen? Ihr bleibt anonym. Empathie auf Wespel stellt. Ja. Ist doch, ist doch, ist doch schön, dass er jetzt dieselbe, dieselbe Route weiterfährt. Das, ich meine, ihm ist das ja so wichtig, dass man Opfern, Opfern sagt, was sie tun können, um nicht Opfer zu werden. Anstatt, dass er als Kerl, der er ja leider als Kerl zu einer Großzahl der typischen Tätern gehört, weil er ein Mann ist, dem Geschlechte nach, über Männer spricht und mit Männern spricht, wie Männer, wie er in dem Fall, nicht zu Tätern werden, will er lieber mit den Opfern sprechen. Damit ist er effektiv dasselbe nur in Blau, was er halt auch die ganze Zeit schon getan hat. Aber gut, wir haben ihn alle falsch verstanden, er hat nichts falsch gemacht und wir müssen uns alle bei T-Tack entschuldigen. Tut uns leid, T-Tack, dass wir nicht so lange falsch verstanden haben. Du hast so gut aufgezeigt, warum und was du und wie und wo du stehst. Danke an der Stelle und jetzt darfst du dich gerne wieder zurück in die Versenkung geben. Leute, 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 Leute. Ich möchte Opfer schützen, deswegen blamiere ich euch dafür, dass ihr Opfer seid. Das ist ein, ich möchte Opfer schützen, deswegen blamiere ich euch dafür, dass ihr Opfer seid. Blamieren in dem Sinne, dass er nicht den Rahmen besitzt oder die Empathie oder die Expertise oder sogar, ich mal die Rhetorik, um so ein Format im Sinne der Opfer gestalten zu können. Aber ich meine, er kann ein paar Klicks damit machen, ne, auf dem Nacken von Opfern. Das ist doch auch was Schönes. Ich würde es da jetzt auf Mutter gehen so genießen. Ich auch. Real Talk, wenn es der das hochlägt, ne, dann gehen wir da auch rein. Dann gehen wir da auch rein. Ich meine es halt bei dem Fünf-Mann-Etat-Tabell-Story-Tack. Digger, 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 Digger. So. Jetzt etwas weniger Schmerzhaftes. Die Reaction war wild. Die war eine Berg- und Talfahrt. Ein komplettes Schleuertrauma. Neodonation vom Herzmut seine Insta ist retraumatisierend. Er fordert Opfer auf, darüber nachzudenken, was sie falsch gemacht haben, dass ihnen das passiert ist und ihm das zu schreiben. Eins. Das kannst du eigentlich niemandem erzählen. Das kannst du eigentlich sagen. Soweit habe ich gerade auf die Schnelle noch gar nicht gedacht. Natürlich ist das retraumatisierend, weil es erst mal kein sicherer Rahmen ist und der fordert Opfer dann auf, ihre Traumata noch mal zu nicht leben und darüber zu sprechen. Das ist so lustig. Der Kerl, ne? Das ist... Der muss sich echt raffen. Übergriffig sein Urgroßvater. Das ist so doll. Das ist so doll, ey. Das ist so doll, ey. Untertitelung des ZDF, 2020